So was sagst du bei meiner Mutter? Ja. So. Das heißt, also übersetzt, I am a presta a en han maton ne ne han maton ne she han nostone vili. Hast du gerade echt eine fiktive Sprache in eine andere fiktive Sprache übersetzt? Ja. Okay. Wie nerdisch möchten sie sein? Ja. Ja. So. Und konnte das jetzt irgendeiner übersetzen? Ich habe gar nicht beides falsch ausgesprochen. Es heißt wahrscheinlich, ach, der Org-Kopf war wieder schlecht draufgespielt oder so. Nein, die Welt hat sich verändert. Ich fühle es im Wasser. Ich fühle es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Hast du gepupst? Ich dachte auch gerade so. Ich glaube, Gimli ist vorbeigelaufen oder irgendjemand hat gepupst. Willkommen bei Folge 44 von Redekunst plus 3. Wir sind der Podcast von Kellerkind Org. Wer uns noch nicht kennt, unsere Themen gehen von Gaming über Filme, Serien, Messebesuche, Klemmbausteine bis hin zu eigentlich allem möglichen. Ein bunter Haufen und das macht uns aus. Dabei immer eine Menge interessanter Infos, dazu noch eine Prise Chaos und fertig ist Kellerkind Org. Frei nach unserem Motto Spiele, Wissen und mehr. 2022 ist das Jahr der großen Spielejubiläen. Heute feiern wir die Spiele-Serien, die schon vor vielen Jahren ihren Erfolg begründeten und heute weiterhin nicht wegzudenken sind. Die heutigen Feierenden Chief Ja Speedy Kikikikik Amenti Ich bin zu alt für diesen Scheiß Und meine eine, der MK, viel Glück zum Nicht-Geburtstag. Wir wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Folge und wenn euch unser Content gefällt, dann liked die Folge, teilt sie mit allen, die ihr kennt und abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Einen schönen, nebligen November euch allen. Draußen ist echt, ne? Ja, hier haust du ganz schön was raus, ja. Ja, ähm, sind gerade eben noch mit dem Auto hier, äh, gefahren und es ist eine Suppe draußen, es ist echt, echt übel. Ja, aber seltsam, seit zwei Tagen ist das hier, also bei mir zu Hause hält sich das seit zwei Tagen und so langsam zieht einem diese Feuchtigkeit auch so richtig schön überall rein, ey. Hier ist noch nicht so lange, aber, ja, könnte sich ungeachtet dessen nichtsdestotrotz mal wieder verziehen. Ah, sehr schön. Das Wort des Podcasts, ja. Ja, auf alle Fälle, nichtsdestotrotz. Ja, würde ich sagen, dann steigen wir doch mal direkt in das Obligatorische ein, was haben wir so im letzten Monat gespielt, ähm, ich hab ein brav, brandheißes Sachen hier auf der Fahne. Ja, dann verbrenn dich nicht. Ja, ich hab zum Beispiel jetzt das neue Bayonetta, bin ich, bin ich seit ein paar Tagen, also seit Release am Spielen und, oh, es ist wieder so herrlich, herrlich verrückt. Also mich stört, ja, also mich stört die andere Sprecherin überhaupt nicht, ähm, ich find die Pasta genauso gut ein wie die andere, ähm, also, ich will jetzt nichts dazu sagen, was damit jetzt passiert ist zwischen Platinum und der Originalsprecherin, weil das weiß, wissen nur die zwei Parteien, was da jetzt wirklich die Wahrheit ist und, ja, wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte und, also, ich find die neue Sprecherin bei Bayonetta, find ich gut. Und, also, das Spiel ist wieder grandios verrückt und, äh, oh, es wurde langsam echt Zeit für ein neues Bayonetta. Es macht so viel Spaß, diese, diese großen Monster, die man da heraufbeschwören kann und diese verrückten Sachen, die da passieren. Es ist, ähm, es ist einfach wieder großartig. Herrlich verrückt, ähm, typisch Bayonetta halt. Und dann, äh, ich habe Gott sei Dank ein wenig gewartet, weil ich war am Anfang, war ich ein bisschen, äh, ein bisschen verwirrt von den ganzen Videospieleberichterstattungen, äh, das Return to Monkey Island, weil das überall nur auf Englisch war. Jetzt seit, ähm, vier Tagen ist das im Game Pass mit drin und, äh, ich hab's jetzt installiert, hab mir gedacht, ach komm, ja, guck's da mal rein. Und dann hab ich mich total gewundert, hör, warum ist denn das auf Deutsch? Und dann hat Speedi mir erzählt, ja, die deutsche Übersetzung, die ist ein bisschen später jetzt reingekommen und so und, oh, ich find's so großartig, es ist so gut. Und wie sie an den, äh, also, ähm, für die sind nur Teile 1 und 2 Kanon, ähm, also die Ron Gilbert Teile, äh, der ganze andere Rest, der danach gekommen ist, ähm, den lassen wir mal unter den Tisch fallen. Und wie sie perfekt an den zweiten Teil anschließen und so, dass es auch Sinn ergibt. Es ist so gut gemacht, es, die Witze sind wieder so gut, so on point. Oh, ich, ich liebe es so. Also, ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Wer, äh, Monkey Island mag, ähm, wird den neuen Teil auch mögen. Äh, über die Grafik kann man sich streiten, also, ich find, äh, nach zwei Minuten fällt einem das überhaupt nicht mehr auf. Das ist, ähm, und wenn alle so schreien, nö, das sieht ja gar nicht mehr aus wie früher, ähm, also wirklich das erste Monkey Island, so wollt ihr nicht, dass Monkey Island heute noch aussieht. Mein Problem ist nicht, dass es nicht aussieht wie das erste Monkey Island. Ich finde, dass es halt einfach graunerregend aussieht, unabhängig von Monkey Island. Ja, es ist halt eine Geschmacksaue, find ich gar nicht. Ich mag den, äh, aktuellen Comic-Stil. Es hat so ein bisschen was, äh, ich würd sagen, so, ja, so ein, hier, ähm, oh Gott, die, äh, so Telltale-mäßig und so, so in die Kerbe schlägt das rein. Und ich find den, find den okay. Aber wie gesagt, ist halt Geschmacksaue, kann jeder mögen, wie er will, ähm, ich spiel das Spiel wegen, wegen Story, Geschichte und Witz und on point. Ja, das war fein. Ja, und sonst hab ich, hab ich noch ein bisschen Two-Point-Campus reingeguckt, ist, ähm, ja, auch eine schöne, äh, ja, also eigentlich ist es ja im Prinzip nur mehr ein Add-on von Two-Point-Hospital, ähm, halt jetzt mit dem Campus. Das ist wie bei die Sims, wenn da, wenn da wieder ein neues hier, keine Ahnung, Berufe, Add-on oder so reinkommt. Aber, äh, ja, ist auch wieder ein sehr schönes Spiel, ähm, ist großartig, liebe das. Two-Point-Humor ist auch großartig. Dann gebe ich den Reigen mal weiter. Äh, ich hab diesen Monat gespielt, Conan Exiles und Zelda Breath of the Wild und das war's. Ja, ich wollte jetzt Star Trek Online mal ausnahmsweise nicht erwähnen. I got nothing. Das sind beides Spiele, die mich sehr gut beschäftigt halten, also, ich hab aktuell gar nicht groß das Bedürfnis nach anderen Spielen, ehrlich gesagt. Ich bin zufrieden. Naja, ich hab nebenbei halt meine, meine üblichen Verdächtigen halt auch hier, Star Trek Online und World of Warcraft, da warte ich jetzt aufs neue Add-on, dass das jetzt endlich rauskommt. Ich bin, ich bin, ich bin wieder total drin, das ist echt schlimm. Es hat es, es hat es wieder geschafft, im dritten Anlauf mich wieder reinzukriegen. Ja, bin ich dann scheinbar dran. Jo, bitte. Also, ein Spiel, was Emka nicht spielen mag, was Chief nicht spielen mag, was mir aber sehr gut gefällt, äh, um mal hin, zwischendurch mal ein paar Stunden zu verschwenden, Backpack Hero. Das kommt scheinbar nicht an die beiden. Hm, meinetwegen, mir gefällt's. Ähm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hab hier zu Hause genug aufzuräumen, dann muss ich nicht auch noch mal Spiel spielen, indem ich aufräumen muss. Du musst ja nicht aufräumen, du musst ja nur dein Inventar organisieren. Also aufräumen. Das hab ich schon in Diablo nicht hingekriegt. Ja, im letzten Podcast hatte ich ja, glaube ich, erwähnt, dass ich da diese Demo von Männerlords ausprobieren wollte, die hab ich noch ein paar Mal ein bisschen rum experimentiert. Ähm. Ähm, auf der Switch hab ich mir jetzt, äh, Potion Permit geholt, das gibt's auch auf Steam, für die Leute, die nicht konsolenkompatibel sind. Wie hieß das? Potion Permit. Und, äh, was hab ich sonst noch so gespielt? Ähm. Ähm, ich habe versucht, einen bestehenden Spielstand von Anno 1800 weiterzuspielen, verstehe aber nicht, wie ich meine ursprüngliche, äh, ähm, wie heißt das, Wirtschaft, äh, irgendwie am Laufen hatte, deswegen werde ich wohl einen neuen Spielstand anfangen müssen. Das ist ja mal was ganz Neues. Ja, schön, immer dazwischen quatschen. Äh. Hm, und ansonsten, was hab ich sonst noch hier? Hm, was hab ich gespielt? Was hab ich gespielt? Boah. Sniper Elite 5. Aber das, da brauch ich nicht mit euch drüber zu reden, das, das hat keinen Sinn. Okay. Das ist halt Nazis in den Kopf schießen. Und über das Thema muss man sich nicht unterhalten, um denen nicht noch eine breitere Plattform zu geben. Aber ich finde es gut, wenn Nazis in den Kopf geschossen wird. Hä? Ja, bin ich dabei. Ich sag, ich finde es gut, wenn Nazis in den Kopf geschossen werden. Ja, hab ich ja bestätigt. Dann solltest du vielleicht Sniper Elite spielen. Kopfschüsse und die, äh, wenn du einen Kopfschuss machst, dann tut der Schädel auch wirklich im Spiel dann auseinanderfliegen. Du liebe Zeit, okay. Ja, du kannst, du kannst aber in alle möglichen Körperteile schießen und liest das blättern dann. Also, es ist nicht nur der Kopf. Im Kopf ist es am tollsten. In welchem war das, wo man Hitler in die, ähm, äh, Kronewellen schießen konnte? Wolfenstein 2, glaube ich. Ich wollte es gerade sagen. Ne, das gab es auch in Sniper Elite, oder? Das müsste dann einer der ersten drei gewesen sein. Ich glaube, der zweite war das. Ich bin noch nicht so weit. Das war, das war großartig. Das habe ich auch gespielt. Sniper Elite ist so mein Hitman, aber halt mit Snipern. Also, wenn sie noch Trump mit reinnehmen und man dem auch in die Ghoulies schießen kann, so klingt nach dem perfekten Videospiel. Unfreundlich, aber ja. So, Momenti. Dann, ähm, muss ich mich erst mal, äh, bedanken beim MK, dass er so ein bisschen nervig war. Ich hab mir sehr günstig bei GameStop, äh, Final Fantasy VII Remake für die Playstation gekauft. Habe es gespielt. Es war eine Erfahrung. Es ist, ähm, schön gemacht, auf jeden Fall. Was mich ein bisschen stört, ist halt, dass so wenig vom Originalteil gemacht wurde, sondern sehr viel halt außenrum. Aber ich kann's verstehen. Also, es macht schon Sinn, das ein bisschen großflächiger, ähm, zu besprechen. Oder zu bespielen. Dann habe ich, äh, natürlich auch noch das originale Final Fantasy gespielt, weil ich, äh, im Kopf habe, dass es dieses Jahr auch Jubiläum hat. Und ich dachte so, zum Jubiläum musste ich das nochmal spielen. Und dann habe ich noch ein bisschen Eurotruck Simulator gespielt. Und halt, wie vorhin schon angesprochen, Victor Frahn. Den Diablo-Klon. Victor Frahn. Ja, Eurotruck Simulator, Eurotruck Simulator geht irgendwie nicht an mich. Ich verstehe nicht, warum er da irgendwie so viele Weihnachtsmärkte besuchen muss. Okay. Muss man eigentlich gar nicht. Ähm, du musst diese online angebotenen, äh, Aufträge nicht machen. Äh, selbst als Singleplayer ohne diese Online-Komponente ist es sehr, erfüllend, einfach mal die Musik auf die Ohren und gemütlich über die Autobahn zu zuckeln und so zwei, drei, ja, Aufträge wegzufahren. Ja, ganz ehrlich, als ich das letztes Jahr ausprobiert habe, da waren nur Aufträge mit Fahr hier auf den Weihnachtsmarkt, Fahr da auf den Weihnachtsmarkt. Ich meine, ich kann, also ich weiß, warum die das machen, aber das ist nicht lustig. Warum machen die das und warum ist es nicht lustig? Weil dieser Anschlag da war mit dem LKW, der in den Weihnachtsmarkt reingefahren ist. Aber nur Aufträge hier, Fahr da auf den Weihnachtsmarkt. Wie, da gibt es einen Zusammenhang? Also ich verstehe jetzt, also was machen die das, das begreife ich jetzt nicht. Ja, weil Leute das anscheinend lustig finden. Aber die überfluten damit halt das komplette, das komplette Auftragssystem. Okay, also es war jedenfalls letztes oder vorletztes Jahr so. Ach, die sind von YouTube? Ja, ja, die sind von Usern erstellt. Und vorletztes Jahr war es leider so, da muss ich ihm recht geben, da war sehr, sehr viel hier vorauf den Weihnachtsmarkt, bla bla. Das haben sie jetzt auch ein bisschen eingedämpft, weil sie nicht mehr jeden drauflassen, der die Dinge erstellen darf. Und was ich ganz gut finde, ist, dass sie mittlerweile auch ein sogenanntes Punktesystem machen. Wenn du so und so viele Minuspunkte hast, wirst du einfach gesperrt mit deiner IP. Dann kannst du nichts mehr hochladen. Fertig. Da hast du eine ganz gute Kontrolle, sage ich mal, für solche Idioten, die sowas hochladen. Ja, da gebe ich dir recht, das war sehr blöd. Weil du konntest das einfach nicht, also du konntest das einfach wirklich nicht ernsthaft spielen, weil es war halt nur der Blader. Oder sowas ist blöd. Ja. Dann werde ich mir das vielleicht doch nochmal angucken, weil ich mag solche Spieler eigentlich hier. Ich habe früher viel, wie heißt das, 18 Wheels of Steel und so. Und die waren richtig gut, richtig viel Spaß mitgehabt. Aber das hat mich wirklich ein bisschen angekotzt, als ich da rein bin und nur so und schaue ich gesehen habe. Ja. Also dieses Jahr hast du davon gar nichts mitgekriegt. Ich selbst spiele halt nur die In-Game-Dinger, ohne mich jetzt online da im Konto anzumelden. Aber ich weiß, wenn man so drauf guckt, das waren ganz interessante Aufträge. Meistens so von, ja, von einer Kartenseite, sage ich mal, direkt zur anderen. Da bist du halt auch mal anderthalb Stunden offline unterwegs, weil da fährst du deine 2000 Kilometer. Oh, das ist schön. Ja. Ja, dann gucke ich, dann werde ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Vor allen Dingen, wenn die da ein bisschen was mit Filtern und so gemacht haben. Weil, ich meine, so von der Optik her und so ist das Spiel ja wirklich nett gemacht. Richtig, richtig. Das klingt halt sehr entspannend, was, glaube ich, auch die Intention ist. Genau, richtig. Es ist halt sehr realistisch gehalten. Du kannst wirklich alles einstellen. Du kannst einstellen, wie sehr dein Sitz, also dein Bild wackelt, weil du das Sitzwackeln simulierst, so ungefähr, wenn du bremst. Oh, das ist sowieso jetzt, wo du das gerade sagst, von wegen Cockpit und so. Ich habe ja jetzt hier Surround Vision. Dann sitze ich ja richtig im LKW-Cockpit, wenn das Spiel das unterscheidet. Oh, das muss ich auf alle Fälle doch nochmal ausprobieren. Ja, du hast eine Oculus. Ja, auch. Er hat jetzt aber auch drei 4K-Monitore, so wie ich. Ja, das Schlimme an der Oculus ist halt, dass viele Spiele halt einfach nicht Oculus-kompatibel sind. Und dass du da halt nicht einfach sagen kannst, ich würde das Spiel ja gerne auf der Oculus spielen. Aber so die meisten aktuellen Spiele haben Surround Vision Support, dass du das halt über große Auflösungen spielen kannst. Also 10.000 mal 1.000, also 2.000 und so, dass du halt wirklich über drei Bildschirme gehen kannst. Die meisten Autorennspiele haben das drin, also Forza zum Beispiel und so. Richtig Spaß, sitzt halt richtig im Auto drin. Ich habe hier das Lenkrad vor mir stehen und fahre halt richtig damit und sitze halt richtig im Auto. Oder im Flugsimulator. Ich habe mein Joystick hier stehen und habe halt das komplette... Sorry, Flugzeugcockpit um mich rum. Ist dir bei Forza mal aufgefallen, dass der Name wie... Lebensfreude! Werd erwachsen! Ja, nee, das wäre ich... Ja, gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Das wäre ich auf alle Fälle mal ausprobieren. Das freut mich. Und es freut mich, dass du auch leichten Gefallen an Final Fantasy findest. Ich bin ja mal gespannt aufs neue Add-on dann. Also, es kommen ja insgesamt drei Teile. Ich frage mich zwar, wie die in dem Tempo die komplette Story in drei teilen unter. Also, ich denke, die werden fünf brauchen. Aber meinetwegen. Ich hoffe, die schaffen es in drei. Ja, es wäre schon schön, wenn sie es in drei packen. Aber ich glaube auch, so vollgepackt wie das Final Fantasy Remake ist, würde ich auch mal sagen, so fünf bis sechs Teile ist realistischer. Es sei denn, sie kürzen jetzt in der Szene, wo ihr im Original relativ viel auf der Open World hast, kürzen sie radikal zusammen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das wäre aber dann sehr schade, wenn sie so einen doch recht vollgepackten, guten Start hinlegen, wenn sie es dann so verkacken. In welchen Teil ist das Original denn rausgekommen? Einem. Ah. Waren aber damals drei CDs, muss man dazu sagen. Ja, je nachdem welches Medium. Du hattest auf dem einen drei, auf dem anderen vier. Ja, das ist richtig. Aber die hat man alle auf einmal gekriegt. Ja. Okay. Das war ein komplettes Spiel. Ja, sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Ich kann es aber echt nachvollziehen, weil da wirklich viel, viel Arbeit drin steckt. An das Kampfsystem, also man muss es halt einfach mögen oder halt nicht. Ich finde es super, ich finde es zeitgemäß. Ich fände so eine ATP, wie es damals gab, fände ich halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und damit fängst du heute keinen mehr. Ja, das ist richtig. Weil dann bleiben wir einfach direkt beim Thema. Ja, 25 Jahre Final Fantasy VII. Das musst du dir mal geben. 25, fühlst du dich jetzt alt? Ja. Oh Mann. Oh Mann. Das ist so schlimm. Ich habe das damals zum Release, habe ich das gespielt. Und oh Mann. 25 Jahre ist das her. Ja. Ich erinnere mich dran. Ich war damals im Internat. Und ich habe das gekriegt, kurz vor den Herbstferien. Die Herbstferien waren die Hölle für mich. Weil ich glaube, ich habe vielleicht insgesamt 10 Stunden geschlafen in der Woche, weil ich nicht von der Playstation wegkam. War eine Katastrophe für mich damals. Kurze Frage. Spoilern wir jetzt hier drin in 25 Jahre alten Spielen? Ich würde sagen, wir nehmen da keine Rücksicht drauf, oder? Ich glaube, alles, was älter ist als fünf, kann mal... Wir spoilern jetzt 25 Jahre alte Spiele. Fertig. Ja. Ich glaube, es sind auch noch ältere Spiele. Ja. Oder vielleicht auch leicht jüngere. Aber wir nehmen da jetzt keine Rücksicht drauf. Wer Angst hat irgendwie, für den ist der heutige Podcast nichts. Nee. Oh Mann. Ich habe das ja wirklich gesuchtet. Ich habe das unendlich gesuchtet. Und wie mich dieses Spiel zerfetzt hat, als die Sephiroth-Szene gekommen ist. Oh mein Gott. Ja, also... Da sitzt du da in der Mitte vom Spiel und denkst dir... Boah. Oh mein Gott. Die arme Aerith. Oh ja. Das hat mich wirklich so richtig zerlegt. Ich meine, ich war da elf. Und... Ja. Welches Mikro benutzt du? Das, ähm... Antillion. Du klingst scheiße. Wie? Ich kling scheiße. Übersteuert. Finde ich jetzt gar nicht. Also im Vergleich zum Pronomic klingst du definitiv schlechter. Das ist definitiv etwas, was wir während der Aufnahme klären sollten. Nee, er hat nur gerade bei mir in den Kopfhörern nach und nach immer weiter übersteuert. Deswegen musste ich jetzt gerade mal intervenieren. Ich glaube, mein USB hängt gerade. Meine Maus klappt nämlich auch nicht mehr. Sorry, dass... Bin ich... Bin ich... Bin ich... Bin ich gerade immer noch... Bin ich immer noch am Aufnehmen? Aufnahme steht hier noch. Oh, meine Maus ist abgestürzt. Hallo. Technical Difficulties. So, jetzt geht wieder. Also was mich damals am meisten getriggert hatte bei Final Fantasy 7 war, ähm... Das Züchten von den Chocobos, um endlich den goldenen Chocobo zu kriegen, um hier die letzte, äh... Summon Materia, wie hieß die nochmal, Knights of the Round oder so, Knights of the Round Table zu kriegen. Ja, die konntest du ja nur bekommen, wenn du einen Chocobo hattest, der fliegen konnte und einen Berg hochklettern konnte. Sonst bist du da nicht drangekommen. Das war das, was mich, äh, am meisten, ja, gefesselt hatte. Dieses Glücksspiel. Ein Glücksspiel im Spiel. Jetzt sieht mich gut genug aus, bitte erläutern für jemanden, der das nicht weiß. Äh, war das denn schwierig, an so einen Chocobo ranzukommen, der beides konnte? Ja, du hattest, äh, eine sehr geringe Chance, also du musstest zwei sehr hohe, normale Chocobos kriegen, musstest die dann verpaaren mit gewissen Nüssen, die du kaufen konntest, und hast da mit Glück einen roten oder einen blauen rausbekommen, die du dann auch wieder mit Glück, wenn sie hoch waren, verpaaren konntest, um einen schwarzen oder einen goldenen zu kriegen. Und der goldene war halt das, was jeder gehabt haben wollte. Aha, also Glücksspiel, verboten in der EU. Glücksspiel und es ging auf die Nüsse. Oh ja, es ging richtig auf die Nüsse. Es war auch sauteuer. So eine blöde Nuss hat auch mal 50.000 Gil gekostet. Ja, da warst du eine Weile, da warst du eine Weile dran. Übersteuer ich immer noch? Leicht. Wie, also ich hör's gar nicht, aber okay. Also ich hör's mit meinen Kopfhörern und 7.1 hör ich's auf jeden Fall. Kannst du mal weiter über Nüsse reden? Du tust am Ende halt ein bisschen rausknuspern auch. Das meinte ich primär. Ah, sind wir wieder bei den Nüssen. Er knuspert, okay. Was habt ihr jetzt die ganze Zeit mit euren Nüsschen? Ja stimmt, es ist November. Wir dürfen nicht über Nüsse reden. Gut. Mach du mal zusätzliche Aufnahmen mit an. Ich klemmere das andere an. Ich will nur nicht, dass die Aufnahmen jetzt hier klösscht. Multischweig oder einzeln? Ist mir egal. Klepp. Sorry für jeden, der Kopfhörer auf hatte. So, ähm. Hat noch jemand was zu Final Fantasy 7? Sonst würde ich sagen, kann der nächste Mal ein Spiel nennen, was ihn damals gefesselt hat. Oder getriggert hat, genau. Also bei Final Fantasy hab ich überhaupt keinen Input. Da bin ich nie rangekommen. Ich bin auch nicht so das Playstation-Kind gewesen. Auch wenn meine erste eigene Konsole eine PS1 war. Aber davor gab's dann eher den N64, auf dem wir hoch und runter versucht haben, uns gegenseitig den Abend zu verderben. Ich hab Crystal Chronicles und Final Fantasy Tactics Advance gespielt. Und wenn ich nicht wüsste, dass die anderen Spiele in dieser Reihe in eine andere Richtung gehen, würde ich mich ernsthaft fragen, was die Leute in Final Fantasy so toll finden. Denn diese beiden Spiele waren grausig. Ja, sie haben vielleicht nicht unbedingt das Talent für Handheld-Games. Waren wahrscheinlich auch von anderen Leuten gemacht, oder? Bei Nintendo werden auch die Handheld-Sachen auch gerne von anderen Firmen zusammengeflickt, gestümpert. Manchmal auch gut gemacht. Ich weiß es nicht. Kann ich dir auch nicht wirklich weiterhelfen? Ja, dann weitermachen, oder wie, hab ich gehört. Ja, hau rein. Ich hab ja einen Auszug von Marcel seiner Liste. Es ist jetzt, äh, MK seiner Liste. Ach Gott, schrei. Von BEEP seiner Liste. Ja, ja. Wir können über einen Titel reden, der auch auf seiner Liste steht. Er kann jetzt halt nicht mit diskutieren, aber ist dann halt so. Nehmen wir doch mal Zelda Link to the Past. Wenn ich das hier richtig sehe, müsste das irgendein Dreißiges sein. Sag mir noch, warum er nicht mit diskutieren kann. Weil er grad sein Mikrofon umsteckt. Ah, das ist eine wichtige Information. Äh, ja. Deswegen nehme ich zusätzlich auf, weil seine Aufnahme crasht. Machen wir weiter. Er wird sich schon einmischen oder bemerkbar machen, wenn er irgendwas absolut zum Kotzen findet, was wir sagen. Ich kann nicht viel sagen zu Link to the Past. Ach. Also ich weiß, es geht um so einen Typen, der trägt gerne grüne Kleider und, äh, rennt Frauen hinterher. Und spielt gerne mal auf einer Violine. Das war alles, was ich zu Zelda und Link kenne. Es tut mir leid, an die kam ich nämlich nie ran. Es ist das beste Spiel aller Zeiten. So, hört sich das besser an. Ja. Ach, du meinst Majora's Mask. Das feiert doch dieses, äh, dieses Jahr 22, äh, 22. Jubiläum. Ähm, Jahresgebiläum. Nee, Zelda. Link to the Past. Beste Zelda aller Zeiten. Ähm, beste Story, beste Overworld, beste Quests, beste Charaktere. Beste Zelda. Geht nix drüber. Definitiv, auch bei längeren Durchgängen klingst du jetzt wesentlich besser. Okay, ich danke. Das Spiel hab ich damals wirklich gesuchtet. Also, keine Ahnung. 300, 400, 500, 800, 1000. Ich kann nicht sagen, wie viele Stunden ich das gespielt habe. Wir können ja ein bisschen Trieb da geben. Das Spiel kam raus am 21. November 1991 in Japan und die EU hat's gekriegt am 24. September 1992. Deswegen sind wir jetzt genau beim 30-Jährigen. Richtig. Happy Birthday to Zelda. Mit Soundtrack von Koji Kondo. Das Spiel ist dann nochmal rausgekommen für den Game Boy Advance in 2003 und für die Virtual Console in 2006 beziehungsweise 2007, weil Jahreswechsel. Ja. Ja, beste Zelda aller Zeiten. Oh Mann. Die zwei davor sind nie so an mich gegangen auf dem NES. Das war nie so meins. Das ist erst wirklich mit dem dritten Teil voll eingeschlagen bei mir. Das geht, glaube ich, für eine Menge Leute. Also, es geht mehr Menge Leute so. Ich meine, die ersten beiden, ich will sie nicht primitiv nennen und sie haben bestimmt auch den Weg geebnet für die Spiele danach. Aber aus heutigen Gesichtspunkt, ja, ist halt wie, was weiß ich, wenn man jetzt das erste Mario spielen würde oder so. Das hat auch seine Vorzüge, definitiv. Aber es ist halt schon ganz schön alt. Ja, da habe ich noch eine andere Spiele-Serie, bei der ist das genauso. Das hat bei mir auch erst mit dem dritten Teil gezündet. Auch zufällig sein Geburtstag dieses Jahr. Auch zufällig 25. Fallout. Fallout! Ja, da war der dritte Teil, glaube ich, in der Tat einer der herausragenden. Denn die zwei davor, die waren okay, aber du musstest schon sehr gutes Durchhaltevermögen haben. Also, die haben gebraucht, bis sie losgegangen sind, so ungefähr. Naja, gut. Viele von den Fallout 1 und 2 Fans waren ja wiederum von Fallout 3 was enttäuscht. Nicht unbedingt, weil es ein anderes Spiel war, also eine komplett andere Spielform, sondern weil sie ja die Story ein bisschen hin und her zurecht gebogen haben. Kann ich nicht viel zu sagen, weil ich wie du auch Fallout 1 und 2 nicht gespielt habe, aber ich finde es schwer, die beiden zu vergleichen, ehrlich gesagt. Also, es sind ja, oder die ersten beiden mit den 3D-Teilen danach zu vergleichen, es sind ja wirklich im Grunde genommen komplett unterschiedliche Spielereien. Ja, würde ich auch so sagen, auch so unterstreichen. Also, ich finde auch, die sind sehr anders geworden. Besser meiner Meinung nach, also meiner Meinung nach, aber anders, definitiv. Naja, was definitiv aber in Fallout 3 und in den Teilen danach fehlt, ist, äh, Dr. Who kommt nicht drin vor. Und das war, warte mal, in Fallout 2 oder in Fallout 2? Ich bin mir gar nicht sicher, in welchen von den beiden das drin war. Äh, konntest du die TARDIS finden? Okay. Und da war auch, glaube ich, äh, war auch, ähm, also, ähm, Text, also Sprechreferenz auf den Doktor auch drin. Ähm, aber wie gesagt, habe ich nie, habe ich nie durchgespielt. Wir hatten ja mal, äh, ich glaube, es war das erste Fallout, ähm, das hatten wir ja im, ähm, Retro-Sonntag hatten wir das ja mal angezockt. Sind ja auch, äh, nicht sonderlich weit gekommen. Unser Intellekt. Lag das an unserem Intellekt? Ich würde behaupten, wir waren einfach zu doof. Das könnte gut wirklich sein. Aber das, das war unser Intellekt, ich wollte es nur höflich ausdrücken. Aber das, das finde ich ja so eine interessante Idee in Fallout mit dem, mit dem Special-System. Das gibt's ja, das gibt's ja seit Anfang an, glaube ich sogar. Seit dem ersten Teil, ähm, wo du halt wirklich deine Werte bestimmen kannst und so. In, in anderen Rollenspielen hast du halt immer sowas festgelegt. Du bist ein Krieger, da musst du halt auf Stärke gehen oder so. Und hast halt auch so ein vorgegebenes Set gehabt. Aber in Fallout konntest du halt wirklich komplett frei vergeben. Da bist du mit einem, also, da war, du konntest mit Charakteren rumlaufen, wo selbst ein Stein intelligenter war. Wo du dann nur mit dich mit Grundslauten unterhalten konntest und so. Und du konntest es trotzdem durchspielen. Da wird es großartig. Und die Figuren gehen halt auch da drauf ein. Ja, aber auch wirklich nur bei diesen Extremen, also zumindest bei den neueren jetzt. Also, wenn, wenn du sozusagen einigermaßen durchschnittlich in allem bist, dann, äh, dann gibt's ja auch keine besonderen Interaktionen. Also, wirklich nur, wenn man die Intelligenz auf Null dreht oder auf komplettes, ne, auf komplettes Maximum schon gar nicht. Ich hatte irgendwann alle Werte bei Fallout 4 auf Maximum und hatte nie irgendeine besondere Interaktion deswegen. Also, es kann wirklich nur auf Null sein. Ja, es ist, es ist wirklich toll. Ähm, ich bin ja mal wirklich gespannt auf, äh, hier dieses Fan, äh, Gedingsel mit Fallout Dondon. Da freue ich mich drauf, wenn das hoffentlich dann nächstes Jahr kommen sollte. Ich... Würde ich mich auch drüber freuen, ja. Ja. Also, was man so im Vorfeld so sieht, was, was sie so alles bis jetzt, äh, zeigen, ähm, ja. Das sieht auf alle Fälle schon mal echt gut aus. Und es ist ja nicht so, dass wir demnächst bei Bethesda mit einem anständigen Rollenspiel warten dürfen. Äh, uns bei Bethesda auf ein anständiges Rollenspiel freuen dürfen. Ja, doch, äh, Star, äh, wie heißt das, Starling, Star, Star, Dings, da, äh, sieht doch auch ziemlich gut aus. Ja, man läuft rum und er schießt Leute. Aber ist ganz neu. Unser Weltraum-Rollenspiel ist wie noch nie ein Weltraum-Rollenspiel zuvor. Ist das genau wie jedes andere Weltraum-Rollenspiel? Ab vorher. Ja, also der Trailer, also nix für ungut. Ich weiß, man soll die Sachen nicht nach, man soll ein Buch nicht nach dem Cover beurteilen. Aber der Trailer war ja wohl das unoriginellste und langweiligste Ding, was ich je gesehen habe. Also da machen die eine komplett neue Franchise, bei der sie ja jetzt schon planen, dass die, was weiß ich, 20 Teile lang wird oder so. Und dann können sie in dem Trailer nix besseres zeigen als, lauf rum und erschieß Leute. Sprich mit steifen Leuten, die dir gegenüberstehen und dir starre in die Augen gucken. Und dann lauf rum und erschieß mehr Leute. Ja, cool. Aber das ist halt auch genau wieder die Kerbe, wo hier, ähm, hier, ach Gott. Dings da, wo du so enttäuscht von warst, äh, nicht in Another World, äh, ach Gott. Outer Worlds. Ja, genau, Outer Worlds. Nee, von Outer Worlds war ich enttäuscht, weil ich stinklangweilig finde. Das ist, machst du buchstäblich immer das Gleiche. Okay, ja, damit rechne ich halt leider auch bei Bethesda und dass irgendwelche Steine in der Luft schweben. Aber da ist der Bug ja dann wahrscheinlich ein Feature. Ja. Ja, aber deswegen... Weil wir sind ja im Weltraum, deswegen, da ist dann halt keine Gravitation, deswegen darf der Stein erschweren. Gut, dass du den erklärt hast. Nee, weißt du, wenn sie da was gezeigt hätten, also, wäre es auch nur eine, wenn es auch nur eine interessante Fortbewegungsmechanik gewesen wäre oder so, oder irgendwas... Irgendwas, dass man wirklich denkt, okay, es ist mehr als einfach nur ein Weltraum-Mod für Skyrim. Aber nee! Äh, Heidewitzker. Also, wirklich, von dem Starlink-Trailer bin ich so massiv... Also gut, ich bin sowieso immer massiv enttäuscht von Bethesda. Aber also das an Starlink... Ich kann dich beruhigen. Es ist erst, ich glaub, das sechste oder siebte Spiel mit der gleichen Engine, also... Ja, mein Gott. Die Morrowind-Engine hat ja auch eine ganze Weile lang gehalten. Ja, das ist doch die Creation-Engine. Ja, aber ich glaub, es ist... Läuft doch seit Morrowind, oder? Ich dachte, sie haben zwischenzeitlich, haben sie mal geupdatet, um Schwerkraft einzuführen. Ja, ja, klar, die wird halt immer weiterentwickelt, aber das ist immer noch die Engine-Grundlegung. Ach du, also hier, mit meiner Flucherei auf Bethesda könnten wir den Podcast komplett alleine füllen. Also lass uns... Ja, machen wir nächstes Jahr mal einen Termin mit Bethesda. Wie war das? And it works, ne? It just works. It just works, genau. Machen wir irgendwann mal einen Podcast. Bin ich... Schreib ich mir mal auf. Das Fallout 4, eins meiner Lieblingsspiele, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich kann mich noch erinnern, wie der Jeef mir am Anfang so gekommen ist, oh, dieses blöde Rumbauen und so, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ein Vierteljahr später, oh, ich bin nur am Rumbauen, ich hab hier so ein Dorf gebaut und... Das war doch auch bei Jeef so mit Breath of the Wild am Anfang so die Switch verteufelt und dann... Nein, die Switch hab ich nie verteufelt. Oder Breath of the Wild hat er verteufelt, eins von beiden. Breath of the Wild hab ich definitiv verteufelt, aber als ich's dann gespielt habe, fand ich's gut, aber das ist ja auch so, wie's idealerweise sein soll. Ja, aber dann würd ich sagen, dann gehen wir doch mal auf das nächste Spiel auf meiner Liste, auch von Bethesda, denn Morrowind hat 20-jähriges Geburtstag rief. Und da muss ich sagen, ich hätte... Das ist das einzige Spiel auf meiner Liste, wo ich echt aus dem Kopf geschätzt hätte, dass das schon älter ist. Ach, älter sogar, okay. Ich hätte 25 geschätzt. Einfach nur so aus dem... Also wenn ich darüber nachgedacht hätte, wär ich schon drauf gekommen, dass es noch nicht 25 sein kann, aber so aus dem... aus dem Bauch heraus. Ja, Morrowind. Wunder, wunderschönes Spiel. Hab ich... hab ich... hab ich damals gar nicht so intensiv gezockt. Ich hab mir Oblivion gezockt. Äh... Erkläre die Faszination. Ach, was heißt... was heißt, erkläre die Faszination? Äh, viel... damals hat es mich fasziniert, weil es das erste Open-World-Spiel war. Also ich weiß nicht, ob es den Begriff Open-World damals überhaupt schon gab. Ich glaube nicht. Ähm... und es war definitiv das erste wirklich komplett offene Spiel, das ich damals gespielt habe. Also wirklich... Allein die Tatsache, dass man in diesem Spiel... Also... Ich meine mich noch vage zu erinnern, wirklich, wie ich den Anfang gespielt habe und dann in diesem Dorf stand und dann eine Minute oder so gewartet habe, dass irgendeiner kommt und mir sagt, was ich jetzt als nächstes tun soll, weil ich halt bis jetzt Spiele nur so kannte. So... Alles klar, gehe dahin und tue das und gehe dahin und tue das und klar, ein bisschen ist Morrowind so auch, natürlich. Aber Morrowind ist in der Hinsicht organisch. Also du gehst... was weiß ich, du bist... also du bist... äh... Spoiler, du bist am Anfang von Morrowind ein Gefangener. Ähm... Oh, eine Überraschung. Ja, ne? Das ist auch in keinem Elder Scrolls-Spiel passiert, oder? Das hat es noch nie vorher gegeben. Ähm... und du wirst dann halt freigelassen und der Typ quasi in dem gefangenen Freilassbüro sagt dir dann, ja, geh am besten mal in die Kneipe und hol dir da eine Wegbeschreibung zur Hauptstadt von dem Bundesland hier. Und das ist es dann. Du hast dann keinen schwebenden Pfeil, der über der Kneipe schwebt oder so. Du musst auch da nicht hingehen. Du kannst auch versuchen, selbst den Weg in die Stadt zu finden. Es ist ausgeschildert. Also... Aber... Entschuldige, wenn ich jetzt kurz eingehe, ne? Aber die Wegbeschreibung ist doch, äh... ist doch genauso, wie wenn ich jetzt zu dir sage, ja, Frankfurt liegt südlich von Berlin. Es ist vollkommen richtig, aber es ist nichtssagend. Oder? Ja gut, aber in Morrowind gibt es halt keine Autos und keine Züge. Du hast nur riesige Wasserflüge. Genau, du findest die Kneipe ungefähr in der Mitte zwischen Berlin und München. Ja. Ja, deswegen ist es ja nicht ganz schlecht, wenn man sich eine etwas genauere Wegbeschreibung geben lässt. Ja. Nee, aber vieles von dem, was mich dann, also vieles an dem Spiel, was mich fasziniert, habe ich erst hinterher festgestellt. Zum Beispiel dieses, diese organische Welt. Also das, das gibt's in Spielen, gab's in Spielen danach einfach nicht mehr. Also in Oblivion und extrem in Skyrim wirst du halt die ganze Zeit an der Hand gehalten. Du fragst dich nie, wo könnte dieser Ort sein? Du rennst einfach den Markern hinterher, die ganze Zeit stupide diesen Markern hinterher. Und schnellweise ist es... Über Stock und über Stein. Wo ich früher bei Morrowind und Oblivion so, also ich bin immer wirklich die Wege lang gelaufen, um hier den Wegweiser nachzugehen und so, Skyrim, querfeld ein, gib ihm. Ja. In Morrowind findet man dann manchmal auch einfach etwas nicht. Also da war eine Quest, wo in, also du hast auch keinen Questlog oder sowas, das gab's damals alles noch nicht. Das Spiel ist ja ultra bare bones. Das wirft ja Würfel in dem Moment, wo du dein Schwert schwingst. Ähm, da war irgendeine Aufgabe, ich kam in irgendeine Stadt und eine Frau steht da rum, ah, hilf mir, mein Mann, er ist gestürzt, wir wurden von einem Monster angegriffen, er ist irgendwo südlich von hier. Und ich hab den ums Verrecken nicht gefunden. Und das hier, also... Der liegt da heute noch. Der liegt da heute noch, das ist Mann, Kriegsfrau. Ähm, und das war 2002 damals, also ich glaub gespielt hab ich's 2003 oder 2004. Hätte ich vielleicht im Internet schon nachgucken können zu dem Zeitpunkt, aber ich glaub ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, so lang ist das her. Naja, und es war aber auch, es war aber auch kein Schulhofspiel, ne, wo man sich so drüber unterhalten hat, wie Pokémon oder so, wo sie da alle in der Schule da rumgelaufen sind. Definitiv nicht. Das war also wirklich kein Thema auf dem Schulhof, also jedenfalls bei uns. Vielleicht bei den Amis, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil also Videospiele selbst waren damals ja noch ein, ja, jetzt nicht ein Lieschenthema. Ja, ein höchstes Thema fast. Ja, also sie waren nicht so weit verbreitet wie heute, sagen wir's mal so. Naja, und wie gesagt, also jetzt im Vergleich zu dieser, dieser Geschichte, die ich gerade beschrieben habe, mein Lieblingsbeispiel bei Skyrim ist ja immer noch, die Priesterin sagt dir, finde das Grab dieser zwei Liebenden. Aber ich sag dir, ich warne dich jetzt schon, wir suchen das seit Jahrhunderten und keiner hat es je gefunden. Tausende haben sich auf den Weg gemacht und niemand, ja, ihr habt ja alle keinen Questmarker, der schwebt nämlich genau darüber. Das ist Storytelling. Toll. Suche das Grab. Plump. Ja, ich bin ja die Hauptfigur, deswegen finde ich das. Ja, aber das liegt da dran, weil du halt der Drachengeborene bist. Deswegen hast du einen Questmarker. Die anderen, die haben halt diese Drachengene nicht. Drachen haben ein eingebautes Navi. Die sind einfach keine Witze mit ihrem Detektivmodus. Ich finde es ganz schön peinlich. Also, ganz ehrlich, ich habe mich in keinem Spiel wirklich so zu Hause gefühlt wie in Morrowind und die Tatsache, dass man da ohne Ladebildschirme in die Städte reinkommt, trägt dazu auch Wein, glaube ich. Und die Tatsache meiner Meinung nach, dass... Ganz kurz, das mit den Ladebildschirmen kommt aber darauf an, wo du das spielst. Wenn du das auf der Konsole spielst, hast du alle paar Sekunden Ladebildschirme. Ja, gut, aber zumindest keine Ladebildschirme, wo die Welt verschwindet. Gut, und wenn du nach Vivek gehst, da hast du auch einen Ladebildschirm. Zumindest, wenn du in die Innenstadt gehst. Aber die Städte an sich stehen einfach in der Landschaft. Das sind nicht Mauern mit großen Luftschleusen, auf denen draufsteht. Different map. Different map. Entering another cell now. Sorry, Amenti? Ja, was mich immer noch wurmt, ist, dass sie halt so feige geworden sind bei Bethesda. Ich meine, Morrowind, da hatten wir uns ja schon mal drüber enthalten. Es war halt einfach damals fantastisch, dass du ein Pilzhaus bewohnen konntest, der organisch mitgewachsen ist, je weiter du in der Rangstufe von dem Clan aufgestiegen bist und sowas. Echt? Das wusste ich gar nicht. Du konntest bei den Zauberern beitreten, dann hast du ein Pilzhaus gekriegt und je höher du geworden bist in der Clique, sag ich mal, desto mehr Austrieb hat er dann gekriegt und hast dann noch weitere Räumchen für deine Bediensteten gekriegt und so, die dann so an der Seite rausgewachsen sind. Bei den Telwani? Das ist ja geil. Bei den Telwani, ja. Das wusste ich überhaupt nicht. Chief installiert gleich Morrowind wieder. Hm? Ich hab's noch. Ja, Chief installiert gleich Morrowind wieder, nur um das auszuprobieren. Du, ich könnte. Ich hab's hier in meiner Schublade auf CD. So lange ist das nämlich her. Die werde ich auch niemals wegwerfen. Aber ich, du, ich hab's versucht. Ich hab's versucht, Morrowind noch mal zu spielen. Ich hab's gemoddet bis zum Anschlag. Ich komm nicht mehr rein. Es ist zu alt. Es ist zu... Ja, es ist wie wenn du ein Buch liest in Fraktur. Es ist bestimmt ein richtig gutes Buch, aber Frakturschrift macht mir Kopfschmerzen. Ich bin halt jetzt inzwischen einfach zu verwöhnt, weil, also, das darf man auch nicht vergessen bei diesen alten Spielen. Sie sind in mancherlei Hinsicht auch tatsächlich, ja, alt. Bockschwer. Ja, ja, bockschwer, aber halt auch solche Sachen wie, also, sie fühlen sich oft sehr mühsam an und sehr langsam. Und ja, die Grafik ist halt auch, äh... Ich möchte halt ungern zugeben, dass ich Grafik verwöhnt bin, aber so ein bisschen brauchst du dann schon. Auch an Oblivion komm ich nicht mehr ran, ganz ehrlich. Und es gab mal einen Zeitpunkt in meinem Leben, da hatte ich Angst, Oblivion zu spielen, weil ich empfand, dass es so realistisch aussieht, dass ich nie wieder rauskommen werde. Ja, dieser Fotorealismus, das ist, also, Wahnsinn. Damals, ja. Aber als es rauskam, empfand ich auch Morrowind, also jetzt vielleicht nicht fotorealistisch, aber es kam mir, das für die damalige Verhältnisse sah es verdammt gut aus. Du hattest halt auch nicht so eine Auswahl wie damals. Du hattest diesen Vergleich nicht. Ja. Vor gerade mal 20 Jahren. Ja, also, hier, Oblivion, das habe ich damals wirklich totgesuchtet. Ich meine, allein schon hier der Anfang mit Captain Picard. Das ist, äh... Patrick Stewart, großartig. Das ist schwer zu toppen, das gebe ich wohl zu. Ja. Das hat's für mich halt einfach komplett, äh, als ich die ersten Trailer irgendwie auf der PC Games CD drauf hatte und dann mein Captain Picard aus Star Trek The Next Generation spricht da den Dingens im Trailer und, oh man, das Spiel, das musste ich einfach haben. Ich muss zugeben, ich war von Morrowind nie so... Also, ich hab's gemocht und ich hab's gespielt, auf jeden Fall. Ich war nie so mörderisch begeistert. Ich muss aber sagen, ich hatte tierischen Spaß an Shivering Isles. Also, das war eine... Das würde ich sagen, ist, äh, die schönste Elder Scrolls Erweiterung, die ich kenne. Die hat Laune gemacht, da mit Sheogora auf seinen Inseln abhängen und den ganzen buchstäblich bekloppten Leuten. Ja, auf alle Fälle besser als, äh, so manche Erweiterung für Skyrim. Drachenarsch. Der Drachenarsch? Ja, der Drachenarsch. Da kill ich im, äh, also hier, mit meinen letzten Lebenspunkten, diesen dummen Drachen, der mir, der, der mich angreift. Dann kommt dieser Typ und klaut mir die Drachenseele. Also, echt wahr. Achso, der, okay, ja, okay. Ja, die gefiel mir, die mochte ich, die Erweiterung. Ja, der hat von mir ganz schön auf die Hucke bekommen, der Typ. Der hat das aber auch verdient, so oft, wie der mir Drachenseelen geklaut hat. Der hat von mir aber so eine Hinnertilöffel bekommen dann. Ja gut, das hat mich nicht so berührt, weil ich die Drachenschrei sowieso nicht verwendet habe, aber ich wollte sein Schwert. Ich laufe da die ganze Zeit rum, hier mit Drache vom Himmel holen und so, und, äh, Nebel weg und, äh, flieg, kleiner Bauer. Es ist so schön, Bauern durch die Gegend zu sprengen. Gut, ich bin vielleicht jetzt auch nicht die netteste Person in Skyrim, aber ich bin immerhin der, der Anführer der Diebesgilde, der Magier, der, also, äh, ich führe eigentlich die ganze Welt an. Trotz, äh, trotzdem bin ich immer der letzte Arsch, der geschickt wird, um eine Wildsau zu jagen. Ich wollte gerade sagen, du führst die ganze Welt an, aber du... Irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht. Irgendwas funktioniert nicht mit der Chain of Command. Irgendwas ist da komisch. Naja, immerhin, immerhin, ähm, hab ich den Krieg gelöst. Mit den drei Leuten, die da angegriffen haben. Oh Gott, also... Das war lächerlich, oh mein Gott. Das war ja wohl so peinlich, wie dann hier, äh, General Karius da vor der Stadt steht und, und, und seine große Kriegsrede hält vor irgendwie sieben Soldaten. Und dann läufst du da raus, fußrot, ah, von der Mauer und gibst sie ihm und Krieg beendet. Äh, wir fluchen schon wieder auf Bethesda. Themenwechsel, Themenwechsel. Ja, und vor allen Dingen, wir fluchen schon wieder auf Skyrim, fällt dir das aus. Ja, ich... Bin halt auch echt nicht begeistert von Skyrim. Also, es ist schön, aber... Oh Gott, ich hab dieses Spiel, ich hab das auf jeglicher Konsole und allem, ich hab's so oft schon durchgespielt. So schlimm, wie's an einigen Ecken so ist, so fesselnd und so toll ist das an... Ich find heute immer... Ich find immer noch neue Sachen in Skyrim, das ist echt Wahnsinn. Ja, ich glaub, mein Problem ist vor allen Dingen, dass diese, alle diese Spiele, also sowohl Skyrim als auch Fallout 4, dass die halt... Man kann an ihnen einen Prozess beobachten, der seitdem, der bei den Spielen davor schon begonnen hat und der mich beunruhigt, weil wenn er weiter fortsetzt, werden diese Spiele spürbar schlechter. Zum Beispiel das Bug-Testing. Also, das merkst du, finde ich, bei Skyrim und bei Fallout 4, also gerade bei Fallout 4, ganz eindeutig, dass sie da vielleicht fünf Minuten aus Playtesting verwendet haben, maximal. Weil das Spiel, also, sogar für ein Bethesda-Spiel haben diese Spiele so viele Bugs. Also, das ist peinlich. Im Grunde genommen müsste es ein Gesetz geben, dass Bethesda diese Spiele zurückbringt und repariert. Also, wenn VW ein Auto rausbringen würde, bei dem alle zehn Minuten eines der Räder abfällt, dann würde der Verbraucherschutz auch sagen, ähm, mach das mal richtig hier. Aber, also, Bethesda, dass die sich so darauf verlassen, dass die Community ihren Dreck hinterher, äh, also eben den Dreck aufwischen, das ist nicht gut. Das ist eigentlich mein, mein Haupthasspunkt bei Skyrim und Fallout 4, dass ich wirklich sehen kann, wie sie weniger und weniger Politur in diese Spiele stecken. Oh, das ist eine schöne Überleitung zum, zum nächsten, äh, Spiele-Franchise. Ja, bitte irgendwas nicht von Bethesda. Ja, nicht von Bethesda. Oh, Gott sei Dank. Auch eine Spielefirma, die unglaublich stark mit seiner Community-Zusammenarbeit hört und nur das Beste von seinen Spielern möchte. Happy Birthday, Diablo. Also, 25 Jahre. Gott, das ist ein Gäste. Was ist los, Chief? Hast du dich verschluckt? Ich mag Diablo. Ich spiele in den Dreier immer. Ich bin, ehrlich gesagt, gehypt auf das Vierte. Es tut mir leid. Ich glaube, Chief mag mich nicht mehr. Ich liebe Diablo, Herrgott, normal, aber ich hasse Blizzard. Hey, die Firma fängt doch auch nur mit B an. Oh, Speedy ist rausgeflogen, was ist da passiert? Hm. Heute will die Technik nicht mitmachen. Ja, heute ist irgendwas, irgendwas komisch. Ja. Aber ja, Diablo, sprich. Äh, also wir hatten ja, äh, vor ein oder zwei Podcasts, ähm, diese Geschichte mit die besten Soundtracks und da wurde ja auch schon Diablo angesprochen. Also, ich finde, gerade beim ersten Diablo, es ist uralt, ja, es ist nicht schön gealtert, aber es ist immer noch bei mir zumindestens im Herzen drin, diese, ja, eingängige Melodie und dieses, diese, äh, Loot-Spirale, sage ich mal, waren ja, glaube ich, auch eine der Ersten, die das so perfektioniert hatten. Hm, Fresh Meat. Natürlich, die Firma ist nicht, äh, the yellow from the egg, aber das Spiel ist es leider. Also, zumindest ist der erste Teil. I believe the spider. Yes. Ja, also, Diablo 1 ist wundervoll, das hat uns mörderisch Spaß gemacht und Diablo 2 ist, halte ich nach wie vor hoch als eines der, der, der besten Spiele dieser Art, die es gibt, wenn nicht das beste. Oh, gerade, hier gerade das zweite mit der Erweiterung, Lord of Destruction. Oh ja. Ja, auch eins der wenigen Spiele, wo sich eine Erweiterung wirklich anfühlt wie eine Erweiterung und nicht einfach wie, oh, ich hab das, ich hab endlich das vollständige Spiel. Ja, also, nee, die Diablo-Teile unterschreibe ich euch gut und gerne. Wundervoll, wundervoll. Aber ich werde nie wieder in meinem Leben etwas von Blizzard kaufen. Das gucken wir mal. Werden wir dann sehen. Sag niemals nie. Willkommen zurück, Speedy. Ja. Wenn die Kiste das jetzt nochmal macht, steig ich aus dem Podcast aus und mach ein Backup und dann mach ich die Kiste kalt. Ja, heute, heute, heute technische Probleme, ja. Das hatte ich schon die letzten Monate. Ja, ist gut. Ja, wir werden sehen, wie sich das mit Blizzard weiterentwickelt. Im Moment sieht es ja jetzt nicht ganz so gut aus für die Microsoft-Übernahme, weil Sony da ja ganz extreme Steine in den Weg schmeißt. Naja, wir werden sehen, was da noch passiert. Ich würde Blizzard ja wünschen, dass die von Microsoft übernommen und mal ein bisschen aufgeräumt werden, aber das sind jetzt mittlerweile so viele Verfahren, Strukturen in dem Unternehmen. Das wird wirklich echt schwer, die wieder ordentlich auf Kurs zu bringen. Immerhin wurde endlich Bobby Kotick gefeuert. Nein, echt? Das habe ich nie mitbekommen. Nee, wurde auch nicht. Das war als Witz gemeint. Weil so viele am Anfang gesagt haben, oh, jetzt wird bestimmt, jetzt wo dieses Chaos rausgekommen ist, wird bestimmt bald der Kotick gefeuert. Na, der ist raus, wenn die Übernahme durch ist. Ja, selbst das glaube ich nicht. Meinst du? Ich meine, dieser, dieser, man soll ja nicht schlecht über Leute reden, aber ich meine, ich sehe dem ins Gesicht und sehe, das ist ein Arschloch. Der hat schon diesen Blick, keine Ahnung, dieses, dieses Verrückte, mit dir möchte ich nicht zusammenarbeiten. War das dieser komische, äh, you don't have cellphones? Der Lappen? War das der? Nee, nee, der war da nicht auf der Bühne. Das ist aber auch so eine Flitzpiepe. Ja, danke. Den kann ich nämlich ums Verrückte nicht leiden. Es ist aber auch ein absolutes Anzeichen dafür, dass das eine Spielefirma ist, die von ihren eigenen Spielern, und ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, keine Ahnung hat. Die kennen die Leute nicht. Die machen Spiele, oder die tun so, als würden sie Spiele machen. Die Spiele machen ja komplett andere Leute. Und stellen sich dann auf die Bühne und demonstrieren vor der gesamten Welt, dass sie keine Ahnung vom Produkt und von der Fanbase haben. Ja, auch wieder ein guter Übergang, ich würde sagen, zum nächsten Spiel bei mir auf der Liste. Herzlichen Glückwunsch. 20 Jahre Warcraft 3. Ja, ich habe es damals auch extrem geliebt. So ein tolles Spiel, so eine tolle Story, so eine tolle Modbarkeit. Es war das perfekte Spiel. Und so ein ganz bisschen tolles Remake. Ja, es geht, aber ich möchte mal sagen, vom Singleplayer-Aspekt her ist das echt okay. Vor allen Dingen macht das einige Fehler raus, die es halt doch ein bisschen buggy auf aktuellen Systemen gemacht haben. Aber alles andere im Multiplayer-Bereich und was sie mit den Videosequenzen gemacht haben und so, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich finde immer noch am lustigsten, dass sie die Voice-Lines ausgetauscht haben. Die eine Sache, die sie 1 zu 1 hätten übernehmen können. Ich... Ne, ich glaube, da gab es sogar irgendwas mit Rechten und so, dass sie da bei manchen Sprechern die Rechte nicht mehr für hatten, dass sie die Voice-Lines haben. Deswegen mussten sie die neu aufnehmen. Dann hätten sie halt für diese manchen Sprecher neu aufgenommen. Ja, oder wenn... Dann wäre die Qualität ja abgewichen. Ja, und wir wissen, dass wenn Blizzard ein auf eine Sache achtet, dann Qualität. Ja, auf jeden Fall. Das ist immerhin Blizzard. Da kommt doch kein schlechtes Zeug bei raus. Können wir mal über eine Firma sprechen, die ich nicht hasse? Ja, können wir gerne machen. Reden wir über... Ubi-Shop. Ich will mal eins. Doch, komm. Lass uns über Ubi-Soft reden. Eins der besten Spiele... Ubi-Soft geht mir um. Ja, deswegen sag, die Firma hast du nicht. Eins der besten Spiele-Serien und die am meisten totgerittenen Spiele-Serien der letzten 15 Jahre. Assassin's Creed. Oh mein, was hab ich damals an Spaß gehabt mit... Oh Gott, wie heißt der? Alter, ihr... Alter, ihr... Ja, ja, das geht ja noch weiter. Alter, ihr... Eben... Dingsbums, Dingsbums. Ich glaub, Speedy weiß, wie der komplett heißt, ne? La Firenze Paroli? Nein, das ist ja der zweite. Das ist Ezio Auditore in der Firenze. Ähm... Eben La Ahat? Ja, genau. Genau. Oh man, das hat Spaß gemacht, damals hier den Alten auf dem Bärstar, äh... Ja. äh... zu vertreiben und, äh... dadurch, ähm... den... Ja, wie nennt sich das? Mittleren Osten? Ähm... Da hinten, ähm... Unsicher zu machen. Es war einfach großartig, dieses Assassinen-Game. Und dann mit dem zweiten Teil ja noch so enorm verbessert worden. Auch wenn ich Ezio wirklich nicht mochte. Ich weiß nicht, was alle an Ezio finden. Ich find, das ist blöder Arsch. Es tut mir leid. Ich komm mit dem Mann nicht klar. Das ist... Ich mag den nicht. Jetzt entschuldige dich bitte dafür, dass du einen professionellen bezahlten Mörder charakterlich nicht okay findest. Ich finde einen professionellen bezahlten Mörder charakterlich nicht okay. Wie kannst du? Ja, ich weiß auch nicht. Äh... Alter, ihr, äh... bin ich... bin ich komplett dahinter. Hinter der Geschichte und, äh... warum der sich gegen die Bruderschaft stellt und, äh... was... was diese Motivation ist. Aber bei... bei Ezio ist das einfach nur, äh... die Arsch, die haben meine Eltern umgebracht. Jetzt bin ich nicht mehr reich. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich arm. Jetzt bringe ich Leute um. Ich weiß nicht, so ein verwöhnter Bengel ist das. Sag mal, hast du den zweiten Teil vertont? Das klang fantastisch. Nee, aber könnt ihr mir da folgen? Ich hab echte Probleme mit diesem Charakter. Das ist wirklich... Ich komm mit dem nicht klar. Ezio ist eine sehr spezielle Geschichte, ja. Finde ich auch. Oh, Maria! Ich... Meine Eltern wurden getötet, aber jetzt bringe ich alle um. Maria, komm her! Erzähl mir nicht, die reden da alle im italienischen Akzent. Ja. Ja. Aber es spielt in Italien. Ja. Oh mein Gott. In Sizilien, glaube ich, sogar zum Teil. Aber egal. Ähm... Nee, also... Ich meine, ich finde die Spiele, ich finde das super, aber, äh... Boah, ich mag Ezio wirklich gar nicht. Wo mir... Wo für mich die Serie wieder funktioniert hat, ist mit, äh... Edward Kenway in Black Flag. Ich liebe Piraten. Ich liebe diesen dunklen, dreckigen Humor. Das... Ich meine, gut, er war jetzt wirklich kein Assassine. Er hat auch nur so getan, als würde er assassinieren. Aber, äh... Ist das eigentlich mal irgendeinem aufgefallen, dass außer im ersten Teil nirgendwo wirkliche Assassinen unterwegs sind, sondern nur Leute, die irgendwo von irgendwelchen Etianern oder irgendwo irgendwelche versteckten Klingen geschenkt bekommen haben und dann so tun, als wären sie Assassinen. Ja. Ich rede jetzt nicht von Origins, weil in Origins haben sie das Assassinieren erfunden. Ja, aber... Das ist schon wahr. Also... In den meisten... In Black Flag war es doch so, und dass er irgendwie in einem Assassinen sein Zeug geklaut hat, ne? Richtig, genau. Der hat den Assassinen am Anfang auf der Insel umgebracht und hat sich so Kutte und... Arr! Ja. Die Sachen geklaut. Eigentlich ist er Schmuggler oder sowas. Ja, genau. Gut, aber wenn du einen Assassinen umbringst, beweist du dann damit nicht automatisch, dass du seinen Job besser kannst als er? Ja. Ich weiß es nicht, aber er ist kein echter Assassinen. Ich glaube, das war die Umstände. Er hat nicht dem Assassinen-Orden geschworen und so. Der einzige wirkliche Assassine ist... Alter, ihr! Ja. Und der Typ aus Disornat. Dessen Namen ich bestimmt erinnere, wenn ich... Ich weiß jetzt nicht, wie es in... Ich weiß jetzt nicht, wie es in Valhalla ist, weil ich habe Valhalla bis jetzt noch nicht gespielt. Da warte ich immer noch auf irgendeinen 2 Euro. ProSale oder so? Weil vorher... Oder auf... Da ist es aber auch eher so... Ich habe eine Axt gefunden, jetzt bin ich Assassine! Ja, so ungefähr. Stealth-Axt. Eine Stealth-Axt, genau, eine Axt, die aus dem Arm rausfährt. Ich glaube, er hat am Anfang nicht mal dieses Messerchen. Ey, das wäre es doch bei einem Wikinger, so eine Axt, die aus dem Ärmel rausfährt. Moment mal, du bist ein Assassine! Eine versteckte Axt im Ärmel. Oh mein Gott, dass sie das nicht gemacht haben. Oh Mann! Ja, ich bin mal gespannt, jetzt hier auf Assassin's Creed Mirage. Das ist ja auch wieder da hinten. Das spielt ja auch wieder so um den Dreh rum. Och Gott, wo ist das jetzt? Im Irak, hinten irgendwo bei Bagdad ist das, glaube ich. Okay. Sind wir mal gespannt, was sie da machen. Ob es da wieder einen echten Assassinen, weil es soll ja jetzt wieder wesentlich mehr Stealth und Assassinierung und so back to the roots. Ja, grundsätzlich ist es nichts Schlechtes. Ich meine, damit ist die, ist dieses Franchise ja groß geworden. Warum nicht back to the roots? Ja, ich meine, wenn es Teil des Namens wäre und es dann keine Assassinations in den Spielen gäbe, das wäre albern, aber... Ja, natürlich, sowas macht ja auch keiner. Ich meine, da hören wir viel zu gut auf ihre Spielerschaft. Das wäre genauso. Stell vor, einer würde einen Film machen, der die Mumie heißt, sonst käme keine Mumie drin vor. Richtig, richtig, absolut unmöglich. Achso, genau. Genau, was ich noch am zweiten Teil nicht mag. Wisst ihr, von wem er die Klingel bekommen hat? Von Leonardo da Vinci. Zu dem er gekommen ist, weil er ein persönlicher Freund des Vaters war. Und, äh... Oh, Leonardo, ich brauche eine Waffe. Oh, Ezio, ich habe hier etwas Neues und ich schneide dir kurz den Finger ab. Ja, aber irgend so ein historischer Promi kommt doch in allen diesen Spielen drin vor, oder? Ja. Also, nicht, dass es das besser macht, ich meine nur. Aber den Leonardo haben sie schon leider sehr aufgebauscht. Also, ich glaube, wäre Leonardo nicht da gewesen, hätten sie das ganze Spiel einstampfen müssen. Weil er halt gefühlt auch irgendwie zwei Drittel der Story getragen hat. Ja, also wirklich, äh, es war, es war schlimm. Also, ich würde definitiv ein Videospiel spielen, wo ich Leonardo da Vinci spiele und er ist ein bezahlter Auftragsmörder. Das wäre ja wiederum lustig. Das wäre ja cool. Ich meine, mit seinen eigenen Erfindungen, mit dem Flugdraffen und so, wenn er dann da... Mit seinen eigenen Erfindungen und seinem Einblick in die menschliche Anatomie. Wir müssen, wir müssen ruhig sein, sonst klaut uns EA die Idee. Ubisoft. Nee, nee. Oder EA. Ubisoft hat im Moment andere Probleme. Ist das so? Ja, denen geht's im Moment nicht so gut. Okay. Wollen wir vielleicht mal zum nächsten Spiel gehen? Ja, sehr gerne. Ähm, dann würde ich eins meiner absoluten, absoluten, absoluten Lieblingstitel hier auf, äh, auf den Plan holen. Nein, Daphne. Wollte gerade sagen, lass den Chief auch mal das Geburtstagskampf. Der Chief hat, der Chief hat noch so viele Spiele, weiß ich, auf der Liste. Die meisten haben wir schon abgehakt. Ja, lass mich den einen noch. Dann, dann gut. Sei mal nicht so gierig. Ach man, ich, ich wollte doch jetzt über meinen absoluten Lieblings-Lieblings-Titel reden. Red mal über dein absolutes Lieblings-Spiel. Never Winter Night. Red mal endlich über Majora's Mask. Nein, Never Winter Night. 20 Jahre ist der Brocken schon alt. Das ist echt nicht zu phasen. Ich meine, er ist nicht gut gealtert, äh, gibt's ja jetzt auch als Remake für die, äh, also als spielbare Version für die Switch, weil ein Remake kannst du das Ding nicht nennen, äh, mit den, mit den leicht verpasserten 4K-Texturen, äh, aber es trotzdem diesen Umfang, den das Spiel hat. Du kannst dich wirklich Monate, Jahre damit auseinandersetzen, kannst selber eigene Module dafür schreiben, du kannst, äh, für D&D-Abenteuer kannst du, kannst du die Engine nehmen, kannst mit Leuten da drin, äh, wirklich Abenteuer bestreiten, weil das auch wirklich würfelt und dir auch genau sagt, was du gewürfelt hast. Du hast unten permanent so ein Fenster, wo, wo die ganzen Würfelwürfe drinstehen. Du spielst halt wirklich eine Dungeons & Dragons-Sitzung und das ist so großartig, das hab ich mir speedy so lange gezockt. Den zweiten Teil fand ich nicht gut, das Online-Teil finde ich auch nicht gut, ähm, es gibt nur den einzig wahren ersten Teil, oder? Speedy, wie siehst du das? Ja, der zweite war jetzt nicht so einzeln hervorragend für mich, der erste war okay, den hab ich mehrfach gekauft. Da veröffentlicht die Community auch jetzt immer noch selbstgebaute Abenteuer, oder? Aber sowas finde ich schön. Ja, das musst du dir überlegen, bei einem 20 Jahre alten Spiel kriegst du heute immer noch frischen Content. Ich behaupte aber auch, Neverwinter Nights hat unter anderem durch das Voice-Acting so gut funktioniert. Das haben sie nämlich, zumindest wenn ich es richtig erinnere, es ist eine Weile her, dass ich es gespielt habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich die Charaktere alle relativ gut abgerundet fand. Und da brauchst du sowohl gute Stimmen als auch gute Storys für. Es war leider noch nicht voll vertont, aber du hast so diese Introduction Screens und so von den Leuten, da hast du immer Sprache gehabt, wie zum Beispiel die Mein Name ist Achipöfte Tülmarant, erster von hier super tolles Tarn und so großartig, Oh Mann. Und es waren auch noch wirkliche und es waren halt auch noch wirkliche Twists da drin, Charaktere, mit denen du durch die Gegend ziehst, von denen du nie gerechnet hättest, dass die dir in den Rücken fallen und das dann aber auch halt glaubhaft mit Begründung, mit Motivation, dass du auch halt auch wirklich verstehst, warum er dir jetzt in den Rücken fällt. Es macht für den, für den, für den Charakter auf der anderen Seite Sinn und nicht einfach nur um des Twists Willens. Es ist, also es ist so schön gebaut, es ist leider halt optisch echt schlecht gealtert. Bei aller Liebe, möglicherweise wirst du mich jetzt auch hassen, aber es eigentlich sah es auch damals schon kacke aus. Ja, es war damals schon nicht schön, aber es hat sich halt einfach super gut gespielt. Ja. Und es lief halt auch auf jedem billigen Rechner. Das stimmt. Das stimmt. Es hat keine hohen Ansprüche gestellt. Was hab ich das mit, was hab ich das mit meinen Freunden und Kollegen zusammen gespielt? Was sind wir da durch, durch die Welt gezogen, haben, haben irgendwelche Orks vermöbelt und Ogre und es ist, es ist einfach großartig. Aber ich glaub, mit niemandem hab ich so weit gespielt wie mit dem Speedy. Ich mochte die Kompagnons. Ja, die waren ja auch so lustig. Was kann Tommy für euch tun? Ich hab dann immer, ich glaub, Ohlgert oder sowas hieß der, der mit der riesen Doppel-Axt. Ja, den hatte ich dabei und du hast den Tommy mitgenommen. Nee, am Anfang wolltest du immer den Tommy haben, weil du den auch im Singleplayer hattest und wolltest mit keinem anderen gehen. Dann hatte ich ja den Ohlgert. Ja, weil der Tommy halt so ultra praktisch ist, aber nee, Quatsch, den Darlan, den hatte ich dann. Darlan, so hieß der. Ich war mit irgendeinem Halbrock unterwegs, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das ist der Darlan. Ist das der Darlan? Der mit der Doppel-Doppel-Axt da. Der war so chillig und super höflich irgendwie. Das war so eine riesige Gestalt und die ganze Zeit so, hab ich ihn zumindest in Erinnerung. oh, was kann ich für euch tun. Darlan Röttinger hieß der, glaube ich. Ja, ist so lustig. Und auch diese, diese, diese Geschichte, die die, die die Companions auch mitführen, wo du immer so zwischendurch immer mal so ein Bröckchen mehr erfährst und so, fand ich auch immer super interessant. Ja, was der, was der kleine Tommy allein für eine, für eine Lebensgeschichte hinter sich hat, das ist, sowas, sowas denkst du halt einfach nicht aus. Das ist, also, was da für eine, eine Energie reingeflossen ist, ähm, sowas kriegst du heute einfach nicht mehr so viel Liebe. Heute kriegst du irgendwelchen 0815 Scheiß zusammengezimmert, den du für 60 Euro kaufst und der dann noch acht Jahre nachgefatcht wird. Fahre, ja. Nee, also wirklich ein, ein absolutes Lieblingsspiel von mir, ähm, schmeiß ich immer noch, immer mal gerne zwischendurch einfach mal an und einfach, äh, die ganze Abwohnen und alles wieder, spiel ich heute immer noch gern. Kann ich verstehen. Ist ja schön das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Dann mein Herr Jüv, jetzt, jetzt habe ich sie lange genug, sie dürfen. So, wie gesagt, so viele habe ich gar nicht mehr über, ähm, oder beziehungsweise so viel kann ich zu denen, bei denen ich jetzt Jubiläen habe, auch gar nicht sagen, weil viele von den Spielen, über die ich tatsächlich gerne was erzählen würde, feiern immer einfach kein besonderes Jubiläum. Zum Beispiel Majuas Maas, äh, 22 Jahre. Ja, in drei Jahren ist es soweit. In drei Jahren, genau. Dann, dann ist, dann kommt der Podcast. Ähm, nee, aber, als du vorhin sagtest, äh, das Spiel ist 20 Jahre alt, das erste, über das du gesprochen hattest, Link to the Past, nee, will ich das sagen? Das ist schon wieder so lange her. Äh, Link to the Past ist 30. Ja, ja, und da wollte ich halt sowas einwerfen wie, ja, jetzt fühlst du dich gleich noch alter, nämlich, äh, Mario Kart ist auch schon 30. Dieses Jahr 30 geworden, im August. Das erste, August 1992. 92. Ja, das ist die, ähm, also, Super, äh, wo das Super Nintendo halt rausgekommen ist, das waren halt alles sozusagen, äh, Startcams. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. nach wie vor das einzige Rennspiel, in dem ich mich einigermaßen behaupten kann. Also, sowohl der Super Nintendo Teil, als auch die Franchise an sich. Gut, ich hab nicht viel, die Modernen nicht viel gespielt. Ich glaub, das letzte, was ich aktiv gespielt hab, war Mario Kart 8. Das ist ja auch das Aktuelle. Dann war's wahrscheinlich 7. Also, das, was ich gespielt hab, ist jetzt schon eine Weile her. Das kann nicht das Aktuelle gewesen sein. Aber es war... Das Aktuelle ist aber auch schon seit 10 Jahren das Aktuelle. Ja, richtig. Ich vergaß, wir leben ja in der Zeit, in der Videospielentwicklung, einfach mal gerade mehrere Dekaden dauert. Ne, aber, also, ja, was soll ich da zu groß sagen? Also, es ist nach wie vor ein wundervolles Rennspiel. Ich hab's mal wieder ausprobiert, die Tage. Ich find's nach wie vor sehr fesselnd, Mario Kart. Du brauchst, äh, wirklich eine Menge, eine Menge viel Raffinesse und, und, und wirklich Geschicklichkeit, um das zu spielen. Weil, also, bei aller Liebe, die neuen Mario Karts sind auch schön, aber sie halten dich echt, echt, echt hart, am Händchen. Also, oh, du bist ganz hinten, hier hast du ein Item, das dich automatisch wieder fast nach vorne bringt. Okay? Also, was gab's nicht im ersten Mario Kart? Wenn du da abgeschlagen warst, dann hattest du halt Pech. Wobei, man eigentlich immer, wenn man sich geschickt angestellt hat, auch wieder nach vorne gekommen ist. Ja, die aktuellen Mario Kart-Teile haben viel, viel, viel mit Glück zu tun. Eher weniger mit, mit Können. Wo du, ähm, wie ich finde, der beste Mario Kart Teil ist Mario Kart 64, wo du halt wirklich noch auf Können, äh, angewiesen bist. Ich meine, du hast einen kleinen, äh, kleinen Glücksfaktor mit, wenn da wirklich mal eine blaue Shell kommt oder so, äh, die aber wirklich sehr selten ist. Bei den neuen Teilen, du kannst immer davon ausgehen, dass du, dass du immer eine blaue Shell irgendwie reinkriegst oder so, wenn du erster bist. Das ist, die sind ja nur am Cheaten, die, die Dinger, ähm. Was ja auch irgendwie lustig sein kann. Ich meine, es ist ja das Gleiche bei Mario Party. Das ist ja halt zwei Franchises, bei denen sie darauf geachtet haben, dass diese Spiele halt zu 90 Prozent aus Glück bestehen. Was lustig ist, auf jeden Fall. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber Mario Kart, weiß nicht, hat halt einfach Laune gemacht. Die andere... Das Erste, das, also das Super Mario Kart, das ist, das ist, ähm, hab ich damals auch viel gespielt, aber ich finde auch, dass das, äh, so von der Steuerung, von der Steuerung her, ähm, finde ich das sehr merkwürdig, wie sich so die Welt unten mit dem Mode 7 unter dir dreht und so, wenn du da fährst. Ich finde das, ich finde das fährt sich ziemlich komisch, mit den, mit den 2D-Manneken, die dann, äh, irgendwie acht Bilder sind, die sich dann, je nachdem, wie du gerade stehst, halt dann dargestellt werden. Das siehst du nach zwei Minuten gar nicht mehr. Ja, da hat sich, da hat sich aber wirklich viel getan. Aber ich meine, für das erste Spiel von Nintendo aus der Serie wirklich Hut ab. Ich habe immer Cooper gespielt, und mein Bruder hat immer Bowser oder Donkey Kong Jr. genommen. Was, glaube ich, die sind, die alle Profis nehmen, weil, äh, die halt die Top, die höchste Top-Geschwindigkeit haben, hat mich mal gnadenlos damit abgeledert. Ich war froh, wenn ich um eine Kurve kam, ohne anzuecken. Äh, habe ich vorhin gesagt, ich könnte mich behaupten, in dem Spiel. Echt? Kann ich auch, wenn die Gegner nicht zu hart sind. Welcome to Mario Kart, select your player. Und wenn du gewinnst, dann fliegt ein riesiger Fisch über dich und kackt dir einen Pokal auf den Kopf. Nee, er explodiert. Ich glaube, er explodiert. Nee. Es kommt auf die Lokalisierung an, denn in gewissen Ländern kriegst du eine Shampoos-Flasche. Auch nicht schlecht. Wichtig ist, dass es der riesige Fisch ist. Mag auch, berichte ich mich, wenn ich mich irre, das erste Mario-Spiel sein, in dem man hat erahnen können, dass Mario und Bowser gar nicht wirklich Feinde sind? Ja, es ist ja nur ein großes Theaterstück, wie wir ja gelernt haben. Ja, aber ich glaube, Mario Kart ist das erste, wo es wirklich nicht um diese übliche Mushroom Kingdom Princess and Toadstool Story geht, sondern wo die halt einfach alle irgendein Spiel zusammenspielen. Eigentlich. Es gab danach andere, Mario Tennis, Mario Party, Mario Monopoly, was weiß ich, was nicht noch alles. Aber ich glaube, Mario Kart war wirklich das erste Mario-Spiel, das kein Spiel war, wo du mit gegen Bowser oder gegen irgendwen, also, das Mario Kart war, glaube ich, das erste Mario-Spiel ohne Status Quo, will ich damit sagen. Ja. Du musst dir mal überlegen, diese ganze Mario-Dingens ist eigentlich so die TV-Total-Story. Mario ist Stefan Raab, der dann in unterschiedlichen Sportarten und Kategorien, sei es Wok-WM, Mario Kart oder Tennis, Autoball, und ich sehe da ganz eindeutige Parallelen. Okay, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Meinst du, es gibt irgendwo einen Knochen-Stefan Raab? Oder wenn Stefan Raab in Lava fällt, wird er zu Knochen-Stefan Raab? Ja, auf jeden Fall. Mit 52,10. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, ich war schon vorher verwirrt. Ja, mach mal weiter. Ich mach weiter, ich mach weiter. Was hab ich noch auf meiner Liste? Ein Spiel, bei dem ich tatsächlich auch geschätzt hätte, dass es ein bisschen älter ist, aber nicht viel. Portal ist 15 geworden. Oh nein, echt? Ja, im Oktober. Boah, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich auch im Kopf gesagt, vielleicht 10. Aber da verschätzt man sich so schnell. Da verschätzt man sich mörderisch. Ich hab das halt das erste Mal im Studium gespielt und das ist in meinem Kopf schon 40 Jahre her oder so. Dann ist das ja älter als Skyrim. Ja, das will ich doch hoffen. Boah, ich hätte das jünger als Skyrim eingeschätzt, weil ich mein, Skyrim ist zu elf. Boah. Du kannst es ja auch herleiten. Half-Life 2 ist 2004 rausgekommen und Portal war Teil eines Re-Release von Half-Life 2. Ja, nee, das war in der Orange Box. Das war in der Orange Box, zusammen mit Episoden und Dingens, wie heißt es? Team Fortress 2. Boah, jetzt hast du mich aber echt erwischt. Boah, das hätte ich jetzt nicht, stimmt, du hast recht. Da hast du meine Liste vorhin vor der Nase gehabt. Das ist der Vorteil daran, wenn man so eine Sauklaue hat wie ich. Keiner kann es in Ziffern. Ja, nee, ich war nur, ich hab nur die ersten drei Punkte gesehen und war leicht verwirrt. Weiter hab ich nicht mehr gelesen. Ja, Portal, nach wie vor, wenn ihr mich fragt, eines meiner Top-5-Videospiele überhaupt generell, Punkt, wenn nicht sogar Top-3, wenn nicht sogar Top-2, müsste ich nochmal in mich gehen. Absolut großartig. Auch beliebig oft wieder durchspielbar. Gut, ich kenn die Rätsel inzwischen alle auswendig, also das ist kein Rätselspiel mehr in dem Sinne, aber allein für den Humor, allein für diese wirklich, diese unglaubliche, diesen unglaublichen Job, den die Alan McLean da geleistet hat, wirklich diese, diesen Computer zu vertonen. Und so sehr ich Portal 2 liebe, finde ich, Portal 2 ist, also wie gesagt, das ist immer noch ein fantastisches Spiel, aber ich finde wirklich diese, diese Mischung aus passiv-aggressiv überlegen, so ein bisschen kleinkindhaft und einfach Maschine, das ist in Portal 1 absolut perfekt. Wirklich, wie, wie du anfängst zu flüchten und sie da durchs Intercom spricht, was machst du da? Bitte hör auf zu fliehen. Das war alles nur ein Test. Wenn du durch diese Tür gehst, gibt es Kuchen. Die, 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 die GLaDOS in Portal 2 ist, ist viel menschlicher irgendwie, was auch cool ist. Aber sie hat diesen maschinellen Touch nicht mehr. Ja, weil im zweiten Teil halt auch erklärt wird, wie GLaDOS überhaupt entstanden ist, dass das ja eine eingescannte Mitarbeiterin ist. Ja, ob das jetzt nötig war, kann man sich darüber streiten. Wo beim Einscannen der menschliche Teil verloren gegangen ist. Ja, also, um Gottes Willen, es ist, es ist ein Portal, es sind beides Portal-Spiele von Warf. Und also Warf, so sehr ich Ihnen für manche Sachen in den Hintern treten könnte, machen halt einfach gute Spiele, nehmen sich Zeit und schreiben vernünftige Storys. Und Portal 1 ist wirklich, also, Portal 1 ist in meinen Augen das beste Beispiel für ein Spiel, das wirklich auf das absolut nötigste reduziert ist. Also, das hat kein Gramm Fett. Da ist nichts drin, was nicht reingehört. Das ist, ich meine, es ist ja auch nicht lang. Du investierst zwei Stunden, dann bist du durch, durch Portal 1. Portal 2 hingegen ist, da finde ich viele Sachen, die man rausschneiden könnte. Wie gesagt, ich liebe es, um Gottes Willen. Ich genieße auch das Füllmaterial in einem Portal-Spiel. Aber Portal 1 hat halt einfach kein Füllmaterial. Das ist von Anfang bis Ende exakt so viele Sekunden lang, wie es lang sein muss. Und das finde ich fantastisch. Das habe ich auch seither bei keinem anderen Spiel gesehen. Ja, die haben in Portal 2 auf alle Fälle viel, viel drum herum gebaut. Wie heißt die nochmal? Karen? Carol? Carolyn. Carolyn, genau. Ich finde das so lustig, wenn du mit der als Kartoffel an der Portal Gun rumrennst und ihr dann diesen Plan schmiedet und Wheatley dann wieder da von dem Thron runterholen wolle. Ja, und Cave Johnson. Also, die Voice Lines von Cave Johnson, wie du da durch die alten Aperture Science Laboratorien läufst, das ist göttlich, um Gottes Willen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wie gesagt, Portal 1 Space! Stell dich auf ein sehr hohes Podest. Ja, auch für die Turrets. Space! Nee, das ist nicht Turret, das ist, ähm, Dingens, noch so ein Emotion Chor. Ich weiß, aber ich wollte über die Turrets sprechen. Ja. Mia Da 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 Oh, ich finde das Lied am Ende so gut, was sie spielen. Das ist so gut gemacht. Ja. Ja, beides, beides wundervolle Spiele. Aber Portal 1 ist besser. Ja, an das Endlied von Portal 1 kommt auch nichts dran. So einfach, stumpf, so komplett flach, so diese Terminal-Ausgabe und This was a triumph. You're making a note here. Huge success. Ja, wie gesagt, also mindestens 50% von dem, was ich an diesem Spiel liebe, ist wirklich, wie diese Sprecherin das gemacht hat. Das ist unglaublich. Absolut fantastisch. Ah, gosh. Ja. Ja, wenn es doch nur eine Firma gäbe, die bis drei zählen könnte. Naja, die müssen gar kein neues Portal-Spiel machen. Also ich bin, ich bin einverstanden. Also was wollen sie denn jetzt machen? Portal 3, Shell wird zurück, gerät zurück in die Portal-Laboratorien, das wäre doof. Irgendein anderer Mensch wird in den Portal-Laboratorien aufgeweckt, das wäre dann einfach nur ein Rehash. Also, das muss dann schon eine wirklich sehr originelle Story sein. Wobei, weil, muss ich zugeben, wenn ich das einer Firma zutraue, dann warf, dass die da wirklich eine originelle Story hinkriegen. Also wenn sie eine coole Story-Idee haben, für ein Portal 3, dann sollen sie es machen. Aber ich brauche jetzt kein Portal 3, um die Reihe weiter zu spielen. Ja, mich würde halt doch schon mal interessieren, wie es so mit der Welt weitergegangen ist. Weil, ich meine, Portal, das spielt halt, also gerade Portal 2, das ist ja, ich glaube, irgendwie 10.000 Jahre nach den, von, von Half-Life 2. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nur wenn der Computer am Anfang, das kann auch kaputt sein. Ja, zum Beispiel. Mich würde halt wirklich mal interessieren, wie es halt in der Half-Life 2 Welt weitergegangen ist. Ja, das, ja, ja. Also gut, da geht es jetzt ein bisschen mehr darum, dass ich gerne ein Half-Life 3 hätte, aber, ja. Ja, da haben wir leider noch zwei Jahre bis zum Jubiläum. Also geduldig. nächstes, 98 war das doch, oder? Oder? Half-Life 1 war 98. Ja. Half-Life 2 ist 2004. Ja, das ist ja egal, mir geht es um Spiele-Serie. Ach so, okay. Da cheat ich ein bisschen. Nein, nein, du darfst erst in zwei Jahren meckern. Dann wartest du 20 Jahre. Also das heißt, nächstes Jahr darf ich mich freuen und in zwei Jahren darf ich mich ärgern. Möglicherweise. Ja, also, ja, da verstehe ich, also, zum Teil verstehe ich sie, weil, wie gesagt, die nehmen sich halt einfach Zeit für ihre Spiele, aber warum die so, so davon ab, sie diese Story weiter zu erzählen, also ich meine, die einzige Erklärung ist, dass sie nicht wissen, wie sie weitergeht. Also, dass sie einfach volle Kanne George R. R. Martin-Syndrom haben. Was, ja, okay wäre, aber, wobei, also, das Schlimmste wäre jetzt, wenn sie wirklich so eine Art Begleit-Story machen, also, was weiß ich, ein Real-Time-Strategy-Game, das in der Half-Life-Feld spielt oder so, also, nee, bitte nicht. Also, diese Franchise soll bitte so sauber und unberührt bleiben, wie sie bis jetzt gewesen sind. Also, ich bin schon sehr überrascht, dass, dass Warp da wirklich so sehr dem Geld widersteht, also, dass sie zum Beispiel nicht Half-Life Racing machen oder Half-Life-Fortnite-Klonen oder so. Überrascht mich, also, auf positive Weise. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass hier zum Release von, von dem Steam Deck irgendwas in der Richtung rauskommt, weil, Valvo macht ja eigentlich immer, wenn irgendwas Größeres, bei denen erscheint man dir ein Spiel dazu, hier wie Half-Life LX für die Index und sowas. Ja, aber das ist, glaube ich, noch nicht lang genug, also, das ist zu nah an der Gegenwart, also, das ist ja erst zwei Jahre draußen oder so. Also, ich glaube nicht, dass die, wenn die jetzt anfangen, in solcher Geschwindigkeitsspiele rauszubringen, ich glaube, dann gehen die die Fans an die Kehle. Hätte ich nichts dagegen, ich meine. Nur eine kurze Info, ich muss mich aus dem Podcast rausmachen, mir ist schon zweimal der USB weggeflogen, ich mache jetzt Backup und dann ist die Kiste glatt. Das hatte ich, das hatte ich eben aber auch. Die Kiste ist jetzt reif. Nein, ich glaube nicht, dass das da dran liegt. Bei mir ist es jetzt weg. Bleibt noch die paar Minuten hier. Die Kiste freezed. Und das macht sie schon wochenlang, deswegen, die kriegt eine neue Installation. Und, wir sind jetzt in den letzten paar Minuten schon zweimal alles weggeflogen und ich musste es um die Fälle wieder. Deswegen, sorry. Jo, dann bis, bis die Tage. Da mache ich jetzt noch ganz, ganz fix Honorable Mentions, damit, damit der Amenti auch mal dran kommt. Jo. Dieses Jahr, 15 Jahre Bioshock, 20 Jahre Wind Waker, über das ich definitiv auch sehr gerne noch Ja, jetzt, jetzt, jetzt springe ich doch nicht mal durch. Nein, doch, ich springe jetzt durch. Gerade, gerade, gerade Bioshock, also da müssen wir zwei Worte zu sagen. Alter. Ja gut, das Problem ist, dass ich nur Bioshock Infinite wirklich gespielt habe. Ja, ich habe es letzt sogar geletsplayt, alle bei uns auf dem Kanal. Ja, ich weiß, aber ich kann halt nicht viel. Wärst du so freundlich und würdest mich ein paar Takte dazu sagen lassen. Okay, ausnahmsweise. Aber nur, wenn ich einen Golfschläger kriege. Nee, den Golfschläger habe ich. Ey, das ist, ey, das ist so eine geile Spieleseile. Ich freue mich ja so auf den vierten Teil. Ich bin mal echt gespannt, ob die da irgendwie dran anknüpfen können. Zum Beispiel Infinite fand ich jetzt gar nicht so gut von der ganzen Geschichte her und so. Weil ich war dann doch ein bisschen enttäuscht, weil es dann doch wieder auf Rapture hinausgelaufen ist. Ja, das war nur eine Erweiterung. Ja, aber trotzdem, du hast es gespielt und dann spielst du die Erweiterung und so, ach, ihr habt es doch nicht selber erfunden. Es kam dann doch aus Rapture. Toll. Das fand ich ja, war ich auch nicht so begeistert von. Das hat es für mich, das hat es für mich dann wirklich nur durch die Erweiterung hat es für mich das Spieleerlebnis schlechter gemacht. Ich kann aber nichts Böses über die Erweiterung sagen, weil der Lobotomie-Moment drin war, was einer der intensivsten und sich auf dem Stuhl in Fötalposition zusammenrollen Momente war, die ich in einem Videospiel je hatte. Das ist hart. Das ist wirklich echt hart. Oh mein Gott. Ich meine, ich habe ja schon eine Menge gesehen in Videospielen, aber aus der Ego-Perspektive eine Lobotomie miterleben, das ist, das ist was anderes. Also, da bist du, da bist du echt dabei. Nee, aber, äh, erster Teil fand ich, fand ich super, fand ich super kreativ mit den, oh Gott, jetzt will ich die ganze Zeit Vigors sagen, das ist aber erst im dritten. Ähm, oh Gott, hier, wie heißen die Dinger im ersten? Ähm, Plasmide. Plasmid. Ja, äh, mit dem, oh Gott, das darf man echt nicht durcheinander werfen, weil es ist kein Salz. Es ist erst im dritten Salz. Es ist die gleiche Spielmechanik, was soll's. Ja, also mit den Plasmiden, du kommst da rein, äh, erst mal, erst mal hier nur mit, mit Pistole und so, und dann kriegst du hier diese Blitzhände und denkst dir nur, what the fuck? und, äh, ab dann wird es ja nur noch verrückt und verrückter. Es ist, äh, sehr, sehr lustig. Und dann im zweiten Teil als Big Daddy da rumzulaufen, das ist wirklich großartig. Also da hab ich wirklich noch mehr Spaß mit gehabt, die Leute da, diese Displice zu durchbohren und die Kleinen hier auf der Schulter sitzen zu haben. Und ja, meine Kleine. Und, ja, der dritte, das war dann schon wieder so ein abgefeuertes Action-Feuerwerk hier mit, 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 mit Greifhaken durch die Luft schleudern und, und, äh, total Overdrive. Das hat Spaß gemacht. Ja, aber, äh, ich weiß nicht, es, es, es war irgendwie komisch. Es, es war irgendwie so komplett anders. Und dann haben sie es mir halt auch kaputt gemacht mit den, ja, erfunden haben wir es auch eh nicht, weil die Idee, die kam dann doch aus Rapture. So, toll. Aus der Zukunft. Aus der Zukunft der Vergangenheit, Aus der Zukunft der Vergangenheit und es gibt immer einen Leuchtturm. Und ich bin Booker und ich bin der Böse und ich bin Comstock und der Gute und, äh, ich werde von allen umgebracht. Ich mag bei Schocken, finde ich. Aber mein Grund ist, aber, ey, das ist, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau von meiner Seite. Man darf ja ein Spiel ruhig nicht mögen oder auch kritisieren. Du, ich liebe Bioshock Infinite und ich hab ne Menge Kritik an dem Spiel, ganz ehrlich. Äh, versteh mich da nicht falsch. Also, das ist in meinen Augen alles andere als perfekt. Mein Problem mit Bioshock 1 und ich weiß nicht, woran das liegt, aber es war mir jetzt zu schwer. Und ich weiß, dass es eigentlich überhaupt kein schweres Spiel ist, aber ich bin nicht weit gekommen in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es ein fantastisches Spiel ist mit großartigem Storytelling. Das Internet hat halt den Would You Kindly Plot dann auch irgendwann für mich gespoilert, sodass ich dann mit dem entsprechenden Abschnitt in Infinite auch was anfangen konnte. Das hat mich da, das hat mich so umgehauen, dieser Plot, weil das ist auch, das ist auch so, 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 so total nebensächlich. Hier wärst du so freundlich und würzt mir hier mal und Dingens und so. Da kommst du ja auch nicht drauf, weil das ist ja jetzt keine so Phrase wie Simon sagt, tu das oder so oder aller Katsam, bring mir das da. Das ist halt normales, das ist halt normales Sprechen und dann kommst du da hinten in die Kammer hin und entdeckst du auf einmal, dass du die ganze Zeit manipuliert worden bist. Es ist, es ist halt auch so cool gemacht, mit dem wärst du so freundlich, hier die und die da umzubringen und dann blub blub aktualisiert sich dein Missionsding und so. Und, äh, du, in dem Moment, wo du das checkst, dass du, dass die da diese Verknüpfung ziehen, weil du musst es ja machen, weil es ist ja deine Mission. Es ist so eine geile Idee. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber willst du dich mal wirklich schlecht fühlen? Äh, okay. Du willst, äh, also, das Spiel ist dir zu schwer. Wusstest du, dass die KI in dem Spiel so programmiert ist, dass die ersten Schüsse immer daneben gehen? Daneben gehen? Ja, die ist so programmiert, dass wenn die vor, also, damit du eine Chance hast, wenn die von hinten kommen, die schießen immer zuerst daneben, um dich nicht zu treffen. Ja, damit, äh, damit du Zeit hast, dich umzudrehen und dich um die Leute zu kümmern. Gegner schießen alle immer neben dich. Wie, wie gesagt, ich hab keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann mich ja auch in Shootern einigermaßen behaupten, aber irgendwie da, vielleicht muss ich's einfach, vielleicht hab ich's einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt gespielt. Ich weiß es nicht. Ich muss es vielleicht auch noch einfach mal wieder in Angriff nehmen. Problem ist allerdings, ich glaub, ich kenn das Spiel inzwischen komplett. Einfach durch Szenen in, in, in Let's Plays und durch Anspielungen und fastsinnig gesehen. Aber ich freu mich auch auf den vierten. Wie gesagt, ich frag mich immer noch, ob er im Feuer oder in der Erde spielen wird. Auf dem Mond. Würde ich auch nehmen. Ja, ich würde hoffen. Ein Fallout, das du in den frühen 60ern spielst, so mit ganz viel so Alien-Style-Technologie, CRT-Monitore mit grüner Schrift und dann, dann so eine Stadt auf dem Mond. Absolut. Wäre der Hammer. Wäre ich dabei. Aber die haben doch, warte mal, der Titel ist doch geleakt mittlerweile. Das weiß man doch. Wie war denn das? Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's doch, hier im Podcast schon gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Isolation? Und es ist doch auch, glaube ich, war es eventuell Isolation? Ich weiß es nicht. Es war Isolation. Aber wo es ist, war, glaube ich, noch nicht raus. Ich würde mir, also ich fände das echt toll, weil mit Mondgravitation und so könnte man ja auch so viele interessante Sachen machen. Und mit den Astronautenanzügen, wenn ich das jetzt so von der ästhetischen Seite aus betrachte. So eine Art Big Daddy Mark III oder so. Ja. Ja, und dann so mit dem Mondauto da oben rumfahren und so. Das könnte man ja heute alles ganz locker machen. Ja, das fände ich eine interessante Idee. Ja, man hört sich super. Sehr gut. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, ist kein Spiel, aber die Firma Cloud Imperium Games ist dieses Jahr zehn geworden. Happy Birthday, Chris Roberts. Happy Birthday, Star Citizen. Das Spiel, das 2014 definitiv rauskommt. Auf alle Fälle. 2032. Mhm. Bestimmt. Auf jeden Fall. Das war's. Über Wind Waker kann ich auch von anders mal gaschen. Ja, das schlechteste Spiel der Zelda-Serie, ne? Nee, hab ich, also, das hatte ich heute Nachmittag schon zu Chief gesagt. Ich kann nicht verstehen, ich sehe im Moment im Internet überall, dass gegen Wind Waker gebasht wird. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja, du hast das erwähnt. Ich finde das wunderschön. Kann ich, also, also, mir fiel jetzt auch kein Grund ein, außer halt der etwas merkwürdige Style, der ja damals bevor das Spiel rausgekommen ist, auch schon in Grund und Boden gebasht wurde. Aber als das Spiel dann draußen war, sind sich ja alle einig gewesen, jo, läuft. Na gut, was die Leute damals verwirrt hat, war bei der Präsentation von der Gamecube ist halt dieses hyperrealistische Zelda da gezeigt von mit richtiger Bewegungssteuerung, wo sie da diesen Kampf gegen diese Riesenspinne oder was das war, hatten. Und dann ist halt Windwaker gekommen und Nintendo so, ja. Wir verstehen, warum das verwirrend ist. Ja, genau. Ich kann das nachvollziehen, dass die Leute dann leicht irgendwie ein bisschen irritiert waren. Aber, nee, dieses Spiel ist einfach, und dieser Zeichenstil, der ist einfach zeitlos. Du kannst es heute reinlegen, kannst es genauso zocken wie vor zehn Jahren. Das ist, du hast keinen Pixelbrei oder sowas da. Es ist einfach dieser wunderschöne Cell-Shading-Look. Und deshalb verstehe ich nicht, warum den niemand verwendet. Sowohl dieser Cartoon-Look als auch Cell-Shading ist fast nicht vorhanden in der Videospielindustrie. Ich begreife es nicht. Es sieht so gut aus. Auch Toon-Link. Nintendo packt den vorn und hinten in seine Smash-Buzzers rein. Nur Spiele machen sie nicht mit ihm. Ich schnalle es nicht. Und meiner Meinung nach ist Windwaker-Link immer noch der sympathischste von allen, weil er am meisten Emotionen hat. Nämlich fünf. Wow! Da sind wir auch fünf mehr als die anderen. Nee, ernsthaft. Also ich liebe den Windwaker-Link, der einfach, wenn irgendeiner was erzählt, anfängt gelangweilt zu gucken oder einzudösen oder grimmig zur Seite guckt oder wenn es regnet, einfach genervt aussieht oder so, die ganze Zeit zeigt er Emotionen. Und also bei all meiner Liebe für die Zelda-Serie, aber das machen nicht viele andere Links. Also der Breath of the Wild-Link ist ja nur ein Stück Holz mit einem Schwert. Der hat aber auch eine Still-Animation. Ja, wenn er sich an was erinnert, dann macht er Das kann man als Animation werten, ja. Aber nur mit Glück. Der ist eh Emotionen. Am Ende, hast du auch noch was? Ja, ich hätte auch noch zwei, an die ich mich erinnert habe. Und zwar einmal ein Spiel, das ist damals im Internat hoch und runter gespielt worden und hat auch schon Freundschaften gekillt. Oh Gott. Yu-Gi-Oh! Hä? Yu-Gi-Oh! Nein. Äh, ich rede von Tekken. Genauer gesagt, Tekken 3. Das gab schon böse, richtig böse Streitereien. Oh. Und wie alt ist das? 15? 3 ist 25. 25? Ach du meine Güte. Stimmt, da war ich, da war ich, da war ich auf der Realschule, da kam das raus, glaube ich. Boah, das ist on. Ich habe mir das damals gegönnt zu meinem Praktikum, weil mein Praktikumsleiter damals gesagt hat, der möchte mir nicht einfach nur Geld geben und ist damals das erste Mal mit mir in einen Großhandel gefahren, in den Cellcross und ich durfte mir ein Spiel ausruhen. Dann war halt Tekken 3 da und das hat sehr, sehr böses Blut gegeben mit diesem Eddie, diesem rumhüpfenden Karreira-Kämpfer. Äh, Tekken 3, war das Tekken Tech-Tournament oder war das, war das noch ein anderes? Tekken 3 war vor Tech-Tournament. Okay. Oh man, es gibt ja auch so, es gab damals ja so vieles, war ja, war ja alle paar Jahre kam ja Neu-Illis auch eine Serie, ziemlich eingeschlafen ist leider. Ja. Es gab die Versus und das war es dann auch, oder? Ja. Also Tekken vs. Mortal Kombat und Tekken vs. keine Ahnung. Ja, aber selbst die, du kriegst ja nichts mehr mit heutzutage, also es kommt nichts Neues von denen. Ja, dein Geist ist schade. Was ist das, SNK? Entschuldigung, ich hab dich jetzt nicht verstanden. Welche Firma ist denn das, SNK? Oh, da fragst du mich jetzt was. Ich glaube, ich bin echt gerade verwirrt, von wem Tekken, war das nicht Namco? Ich glaub Namco ist das. Und Konami hatte doch Street Fighter. Namco, ihr habt recht. Genau. Namco Bandai. Namco Bandai, genau. Richtig, richtig, richtig. Ja, wo ich grad Street Fighter, sag ich mal, das ist ja eine Serie, da kommt ja immer noch immer was Neues raus. Deswegen wundert mich, dass bei Tekken nichts Neues kommt. Ja, aber keine Ahnung warum. Das ist wirklich so eine Serie, die hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Man hört auch nichts mehr davon. Es gab Filme. Es gab Filme. Ich glaub das letzte, was da rausgekommen ist, das war sogar wirklich hier, das ist ja, oh, hat jetzt auch 10. Geburtstag, sehe ich gerade, Street Fighter X Tekken. Ja, ich sag ja, von diesen X-Spielen sind ein paar rausgekommen, in relativ kurzer Zeit, glaube ich. Warum auch immer. Ja, die waren sehr schnell hintereinander und wurden, glaube ich, alle mördermäßig zerrissen und die haben sich auch nicht so schön gespielt, muss man sagen. Ah je. Ja gut, das Einzige, was ich von der Sorte kenne, ist ein Teil von, wie heißt es, Versus Versus DC, ne, Marvel Versus Capcom, genau. Weil der ist, also er unpoliert würde ich ihn nennen, aber hat irgendwie Laune gemacht. Aber es ist, glaube ich, nichts, woran wirkliche Fighting Game Enthusiastenspaß haben. Ja. Weil es halt so unbalanciert ist. Ja. Das ist schade. Dann habe ich noch ein, da finde ich es auch sehr, sehr schade, dass nie wieder etwas rauskam und zwar das großartige Dungeon Keeper, wo man einfach seine kleinen Imps schlagen konnte, dass sie schneller gebuddelt haben oder dass man auch sich mal in den in den Charakter da reinversetzen konnte und so richtig durch seinen Dungeon laufen konnte. Am Ende, da hast du das großartige Remake vor ein paar Jahren verpasst für Mobile. Es gab keinen Remake. Es gab keinen Remake. Wo du, wo du, wo du, wo du, wo du drei Euro bezahlen dürftest, damit du die Wand schneller einreißen konntest. Alter, die Videospielindustrie. Will ich wissen, wie alt Dungeon Keeper ist oder macht mich das depressiv? Oh, warte mal, Bullfrog, das müsste dann jetzt aber auch ein 25er sein, oder? Ich befürchte es fast, dass es sogar ein 30er ist. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Nee, 30 glaube ich nicht. Das müsste Anfang der 2000er gewesen sein. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Google to the Rescue 97. Also 25 Jahre. Okay. Wisst ihr, ich bin gut. Ach, wir sind nicht alt. 25 Jahre ist noch okay. Ja, das ist doch in Ordnung. I know my PC Games. Das war noch ein guter Molinö. Aber der Dungeon Keeper 2 war doch, war das schlecht? Ich habe, ich weiß aus dem Kopf nicht mal, ob ich es überhaupt je gespielt habe. Also ich habe es gespielt. Dungeon Keeper 2 ist auch schön. Ich fand, er war sehr abgespeckt im Gegensatz zu den Möglichkeiten im ersten Teil. Also man hat irgendwie sehr viele Fähigkeiten weniger gehabt auf einmal. Das fand ich sehr schade. Okay, das kann ich jetzt in der Retrospektive nicht mehr beurteilen. Ich hatte an beiden auf alle Fälle enorm viel Spaß. Ich fand den Humor immer so großartig. Ja, der Humor war klasse. War richtig schön. Honey, Honey war der Beste. Oh Mann. Ich war immer froh, wenn der Sukubus irgendwo unterwegs war. Ja. Auch diese Idee, dass du halt die Bösen bist und dein Dungeon dagegen, die einen eingreifenden Ritter da verteidigen musst, mal die ganze Geschichte mal zu drehen, das ist eine super Idee gewesen. Ja, mag auch. Das ist wie gesagt noch ein richtig guter Molinö gewesen. Der Mann, der hat damals ja echt hammergeile Ideen gehabt. Mag auch das erste Spiel sein, das ich gesehen habe, das Zwischensequenzen hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher schon kannte. Stimmt, ja. Das wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich das von anderen schon kenne. Ich glaube nicht. Weil ich weiß, dass ich von denen damals sehr fasziniert war irgendwie so im Sinne von und dann ist das ein Film und kann man da jetzt was machen? Aber ich hatte, ich fand es auch immer toll wie, also ich, ich habe es nie selbst gehabt, aber ich war oft bei einem Freund, der das hatte und ich fand es immer unglaublich faszinierend, wenn er dann in die Ego-Perspektive von einem der Monster reingesucht ist und da durch diesen Dungeon marschiert ist. Ja. Das war so komplett mindblowing für mich damals. Oh ja. Das waren halt die guten Bullfrog-Spiele. Hast du, konntest du in Theme Park und Theme Park World, konntest du das ja auch, dass du mit der Achterbahn mitfahren konntest und so. Das war ja das Totschläger- Moment gegenüber Rollercoaster. Hm. Dafür haben sie in anderen Sachen dann doch ein bisschen besser funktioniert, sag ich mal. Die Rollercoaster-Teile. Ja, es war halt einfach ein bisschen runder alles mit der ganzen Wirtschaftssimulation und so die Theme Park Sachen. Es war halt einfach quietschbunt und hat einfach nur Spaß gemacht. Ja. Aber wenn du Bock hattest, richtig Wirtschaft- und Manager-mäßig, ich weiß nicht, ob man das so mitkriegt, so, ich spiele ja gerne so Nuller-Toren und so. Also da war, ich war schon immer Team Rollercoaster-Tycoon. Es war eher meins. Ich hab beides gerne gespielt. Wechs war das, wo man die Parkbesucher hochheben und rumschütteln konnte. Ein Rollercoaster. Ja, alle. Das war toll. So. Hast du noch was? Nein, das war's von meiner Seite, die mir ins Auge gefallen sind. Ich hab noch zwei Spiele und eine Honorable Mention. Was ich auch wirklich echt geliebt habe, ähm, mit einem absolut großartigen Sprecher, den ich damals wirklich geliebt habe. Äh, kennt ihr Christopher Judge? Vom Namen, aber vom Namen her nicht. Das ist der T-Alg aus Stargate. Oder der Kratos aus... Richtig, genau, Kratos. Denn God of War 2 hat nämlich auch 15-jähriges Jubiläum mittlerweile. Was hab ich damals die Chaos-Klingen gewetzt? Oh mein Gott, hat das Spaß gemacht, sich da mördernd und schnetzeln durch die griechische, ähm, äh, Götterriege durchzuschnetzeln und meine arme, tote Frau und Kind zu rächen. Und, äh, hat ja auch so eine total absurde Story gehabt. Und im Original halt von Christopher Judge gesprochen mit dieser wunderbar tiefen Stimme Indeed und das passt so gut zu Kratos. Das ist die beste Stimme, die Kratos je hatte. So gut. Boy. Boy. Sorry. Ich weiß gar nicht, ob der, ich weiß gar nicht, ob der, wird der im aktuellen auch noch von Christopher, weil das habe ich nur auf Deutsch gespielt, das letzte. Kann ich dir auch nicht sagen. Das wird das Internet dir beantworten können. Ja, könnte, könnte ein Speedy vielleicht kurz rausgoogeln. Ich bin gerade etwas indisponiert. Ich bin froh, dass das Setup zum Hören funktioniert. Ja. Ne, also auch großartige Spiele, Serie, die Gotter Vorteile. Ähm, der, also jetzt der Aktu, also ne, ist ja jetzt, äh, das Neue ist ja jetzt raus, gell, dann ist das ja gar nicht mehr der aktuelle Teil, den ich gespielt habe. Also, ja, ich glaube, das ist jetzt seit dieser Woche, ist das raus. Da freue ich mich auch, äh, hoffentlich da drauf, dass das auch für ein PC kommt. Ähm, aber zu God of War, dem aktuellen Teil, werden wir im nächsten Podcast wahrscheinlich noch etwas merken. Ja, ähm, Vorspoiler. Ähm, dann eine honorable mention von meiner Seite. Ähm, Ähm, ein Dienst hat, ähm, auch Geburtstag. Vor 15 Jahren ist er erschienen und er hat es gerade so geschafft, länger als der Salatkopf zu überleben. Denn, ich, ich möchte eigentlich nicht sagen, Happy Birthday, äh, Games for Windows Live. Oh, Gott. Das ist eigentlich schon ein Schimpfwort, oder? Oh, Gott. Also, ich muss gerade ehrlich sagen, das, was für den Jeef Blizzard ist, ist für mich dieses Games for Windows Live. Ich hab's gehasst. Das kann ich völlig verstehen. Steam bevor Steam gab. Ja. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm gewesen. Ich bin ja so froh, dass dieser Dienst jetzt mittlerweile nicht mehr benutzt wird, dass der eingestellt worden ist. Ich glaube ja, eins der letzten Sachen, die da drauf rausgekommen sind, war ja, ähm, hier, ähm, Dark Souls, ähm, da haben sie ja auch unglaublich Stress gehabt, das da rauszupopeln, um, um das nach Abschaltung von den Services dann, dann wieder weiter verfügbar zu machen. Ich find auf meinem Rechner immer noch Spuren davon, und das ist zwei Rechner her. Ja, vor allen Dingen, du kannst mir, äh, jetzt aktuell, ich, ich hab ja hier so eine Retro-Ecke, was du einen Stress mit diesen Games for Windows Live-Service-Spielen hast, die zum Laufen zu bringen, weil's diesen Dienst nicht mehr gibt. Mhm. Ja, du kommst ja nicht mehr ums, also, äh, ums Cracken drumrum, du musst diese Spiele cracken, weil sonst kannst du die nicht spielen. Ja, gut, gut, dass so was heutzutage nicht mehr passiert, dass wir Spiele in irgendeine digitale Infrastruktur binden, die innerhalb von fünf Minuten verschwunden sein könnte. Sarkasmus aus. Ja, es ist, also, es ist wirklich schlimm. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, schön, dass es dich nicht mehr gibt. Happy Birthday and fuck you. So ungefähr, ja. Es war so schön, dass du endlich weg bist, ja. Genau, es wurde auch Zeit. Ruhe in Frieden zusammen mit Klippi. Ne, Klippi gibt's wieder. Ah! Klippi gibt's in Teams wieder, haben die, haben die wieder, äh, kannst du, kannst einbauen in deine Konversation. Ach Gott, unbedingt. Ja. So, und dann jetzt auch eine Spiele-Serie, die ich, äh, lange, lange, lange schon verfolge und die sogar älter ist als ich. Denn, äh, dieses Jahr Geburtstag hat der Microsoft Flight Simulator. 40 Jahre gibt es den schon. Wenn du dir mal die ersten Versionen anguckst, ähm, was das, was das Ding, wie das ausgesehen hat, das kannst du dir heute gar nicht mehr angucken, aber was der für Maßstäbe gesetzt hat, damals, äh, auf MS-DOS, ähm, so ein Wahnsinn, was das Ding für eine, eine Entwicklungsgeschichte durchgemacht hat, mittlerweile. Und wir sind ja mittlerweile schon beim, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie viel Detail das jetzt ist, den wir von dem Ding haben, und es ist wahnsinnig. Gute Frage, er wird immer nur gehandhabt als Microsoft Flight Simulator. Nee, also vor dem Microsoft Flight Simulator gab es den Flight Simulator X und vorher hatte der Jahresnamen und, äh, ja, also mittlerweile, äh, der aktuelle Flight Simulator immer noch sehr beliebt, äh, Riesen- Community, es kommen unendlich viele, ähm, Flughäfen, Flugzeuge und alles von der Community, die man sich kaufen kann. Es ist, äh, aber das ist wie mit dem Tram Simulator, du kannst da unglaublich viel Geld drin versenken in diesem Teil, wenn du das wirklich professionell machen willst. Aber ich begnüge mich mit den kostenlosen Inhalten, und ich habe trotzdem sehr viel Spaß. Ich fliege, äh, hier auf meinem Surround, äh, Setup, äh, fliege ich eine schöne, äh, Chessna, und es ist so schön beruhigend, es macht so Spaß. Vor allen Dingen auch, du kannst, äh, ganz viele Knöpfchen in den Flugzeugen drücken, die sind da aktuell auch immer noch weiter Features am Einbauen. Wenn du mal so einen großen A320 oder so irgendwie richtig gestartet hast, da bist du, bist du zwei Stunden allein nur mit dem Start-Setup beschäftigt, bis das Ding mal losrollt. Und du kannst dich auch schön aus dem Fenster lehnen und den Flugwind genießen. Ja, genau. Und du kannst, äh, du kannst Chief, ne, wird dir fast zum Kotzen bringen, wenn das VR-A320 ausschaut. Es ist, es ist ein guter, äh, guter Gear-Check, ja, ob man, äh, ob man für, für VR geeignet ist, oder ob man da noch ein bisschen Gewöhnungs- Gewöhnungszeit braucht. Definitiv. Aber das ist absolut fantastisch. Aber das, ja, das finde ich zum Beispiel richtig toll, dass er halt die Möglichkeit wirklich für alles Mögliche, äh, du kannst mit Tastatur fliegen, du kannst mit Gamepad spielen, du kannst mit, mit richtigen Hotas-Joystick zocken, du kannst einfach, äh, das VR-Headset aufsetzen, drückst eine Tastenkombination, das Ding switcht um in den VR-Modus und so. Dafür, dass das wirklich nur ein so kleines Team ist bei denen. Das wird ja von Asobo, äh, äh, gebaut. Und das sind, glaube ich, irgendwie nur 14 Mann oder so. Und was die da reingesteckt haben, das kriegen manche, keine Ahnung, 500-Mann-Teams nicht hin. Das ist also wirklich ganz, ganz großen Respekt aktuell und ich wünsche dem Flugsimulator noch alles Gute für die weitere Zukunft, äh, äh, Clear Skies wünsche ich. Und jede Menge Aufwind. Ja, auf alle Fälle. Beste. 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 Ich meine, das spannendste sind eh nur die Starts in die Landungen, die Rester, bzz... düster halt einfach durch die Gegend. Aber, ähm, gerade so diese Satelliten- Aufnahmen und so, die du aktuell hast, wenn du halt wirklich mal runterguckst und so, ich hab, äh, ich hab schon unser Haus besucht. Das ist, äh, ist großartig. Ich warte ja noch darauf, dass man in dem Moment tatsächlich so ein Flugzeug an seinem Fenster vorbeifliegen sieht. Ja, das kriegst du mit dem Drohnen-Simulator dann. Wahrscheinlich. Das wär's doch eigentlich. Microsoft hat kein tatsächliches neues Spiel rausgebracht, sondern einfach nur eine Flotte von Drohnen gemietet. Und immer wenn ein Spieler irgendwo langfliegt, ist das einfach eine Kamera, was da vorne zu sehen ist. Gesponsert von der CIA. Wir hatten einfach keine Zeiten richtigen Flugsimulator zu machen, da haben wir stattdessen tausend Drohnen gekauft. Oh Mann. Ja, das wär auch gut, ja. Nee, aber man muss hier überlegen. 40 Jahre sind sie da schon dabei. Wenn ich da so andere Spiele-Serien sehe, die können sich da von drei Scheiben abschneiden lassen. Naja. Was ist denn wirklich noch so alt aus der Riege, was es heute noch gibt? Ich weiß nicht, gibt's noch irgendwelche Might & Magic-Teile oder so? Die müssten doch auch aus der Region kommen, oder? Naja, Mario gibt's halt. Nee, das ist bei weitem... Das ist 30. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Need for Speed vielleicht in diese... Nee, das ist auch 30. Das ist noch nicht so alt. Deswegen so richtig aus der DOS-Ecke damals. Als, ähm... Ich glaub... Keine, die aktuell sind. Ja, Maniac Mansion zum Beispiel, das kommt zeitlich hin. Das ist ja schwer zu sagen, dass das eine Franchise ist, ne? Also, ich mein, es gab dann noch Day of the Tentacle und das war's dann. Und das ist ja auch schon wieder. Ja, aber die sind ja... Das ist ja auch... Seit LucasArts weg ist, ist das ja auch... Ich meinte, gut, da gab's jetzt hier dieses Remake, was ja auch echt hübsch aussieht, aber... Da kommt ja auch nichts Neues. Es gibt ja kein Maniac Mansion 3 oder so. Ja, das ist ja das Problem. Also, ich glaube nicht, dass es so langlebige Franchises abgesehen von dem Flugsimulator gibt, die so lange auch immer wieder neue Versionen bekommen. Maniac Mansion 3. Ah, weißt du, was ich auch gerade sehe? Weißt du, wer im Mai Geburtstag hatte? Boris Johnson? Nein, wer auch 40. Geburtstag hatte? Electronic Arts. Yay. Und das ist genau das Level an Begeisterung, das Electronic Arts verdient. Ja, sie hatten schon ihre Glanzzeiten, aber... Ich mein, ist halt auch wirklich... Ist halt auch wirklich schwer, so alt mittlerweile schon zu sein. Wenn du dir überlegst, was damals so um die Zeit rausgekommen ist, du hattest Pitfall auf dem Atari oder Pole Position und sowas, das ist... Oder Super Pac-Man, das ist halt wirklich so die Anfangs-Anfangs-Zeit, wo es halt wirklich richtig angefangen hat, Fahrt aufzunehmen. Ja. Also ich mein, gut, sie hatten damals definitiv den richtigen Riecher und sie haben irgendwas damals auch richtig gemacht, sonst gäbe es sie nicht mehr. Nur ich find halt mittlerweile... Sie könnten auch gerne jedes dritte Jahr neues FIFA rausbringen, statt jedes Jahr ein Update. Ja, es kommt jetzt kein FIFA mehr. Ja, ich weiß, die haben ja die Lizenz nicht mehr gekriegt, aber das heißt jetzt FC. Ja, genau. EA Sports FC heißt das jetzt, glaube ich. Genau, richtig. Und die Charaktere heißen dann nicht mehr Kurani, sondern Kiran. Ja, weißt du, was jetzt richtig toll ist? Die FIFA, die geht ja jetzt richtig steil zum neuen World Cup. Da gibt's gibt's jetzt gleich drei oder vier neue FIFA-Spiele. Das eine FIFA-Spiel basiert auf Blockchain-Technologie, wurde dann oh Gott, das ist so so abstrus und keins von diesen Spielen hat irgendwas mit richtigen Fußballspielen zu tun. Aber die heißen alle FIFA. Das ist... Dieser Name, der wird jetzt total vernichtet, ich sag dir das. Ja, ja. Der geht jetzt den Back runter. Ja, es wäre schön, wenn sie mal vernichtet werden. Entschuldigung. Ja, eine Honorable Mention hätte ich dann doch noch, sehe ich gerade. Wir haben ja schon über Final Fantasy 7 gesprochen. Die komplette Final Fantasy Serie hat jetzt am 18. Dezember 35. Geburtstag. Du musst dir überlegen, Final Fantasy war ja wirklich so, die Firma war pleite und deswegen haben sie das Spiel Final Fantasy genannt, weil es das letzte Spiel wahrscheinlich war, was sie rausbringen und dann ist das so bombastisch eingeschlagen und hat die ganze Firma wieder auf links gedreht und hoch gewuppt. Manchmal hat man halt Glück. Ja, da nochmal herzlichen Glückwunsch Final Fantasy. Ich finde es immer noch schade, dass du die ersten Teile damals nicht bekommen hast. Mittlerweile bekommst du sie, aber sie sind halt ja auch schon recht alt. Also ich hab's versucht, ich hab's nicht über mich gebracht, sie durchzuspielen. Ja, das ist halt wirklich richtiges JRPG. Ich meine, du hast deinen Magier, du hast deinen Krieger da und halt deine vier Klassen da. Du hast 5000 Stunden gegrindet zwischen jedem Kampf, damit du weiterkommst. Ja. Ist halt wirklich klassischstes, klassischstes, also das hat ja JRPG begründet im Prinzip, das Ding. Danach kam ja dann, ich weiß gar nicht, wie lang danach dann Dragon Quest oder sowas kam, aber Final Fantasy war ja somit der erste. Ja. Richtig. Aber, wie gesagt, das Gegrinder ist schon echt übel, also da hackst du halt acht Stunden lang auf irgendwelche komischen Chocobo-Küken, sag ich mal, ein, um irgendwelche Teile zu finden, die du brauchst, um dich aufzuleveln, ist schon echt übel. Ja, was haltet ihr eigentlich von dem, von dem neuen Final Fantasy, dieses, oh Gott, wie heißt das, ähm, oh, das hat ja auch wieder so einen komischen Namen, äh, dieses Mittelalter-Ding, wo man da ja auch in, in Live-Action darum läuft. Äh, ich kann zu Final Fantasy nicht viel sagen. Also ich bin jetzt auch gerade verwirrt, welches du meinst. Geht mir ähnlich. Also ich bin nicht verwirrt, ich hab noch keine Ahnung von Final Fantasy. Ich hab auch keine Ahnung. Ja, Moment. Meint ihr dieses Heavensward? Oder ist das schon wieder passé? Ah, meint von dem Online, äh, das neue Add-On oder was? Oder? Nein, nein, ähm, ähm, Oh Gott, wie heißt denn das komische Ding? Äh, ja, Final Fantasy 16 halt. Da läufst du halt durch so eine, durch, äh, durch so eine Mittelalter-Welt, äh, soll Mitte 2023 kommen. Okay. Das hat doch auch einen komischen Unternamen. Puh. Also ich hab gehört, dass er jetzt rauskommen soll, ich muss aber ehrlich sagen, ich hab mich noch nicht damit befasst. Ich kann dir nicht sagen, was ich davon halten soll oder nicht. Ja, ich fand das 15er ganz lustig, wobei die Jungs, äh, ja, schon so ein bisschen speziell waren. Total nervig. Also ich hab den, den Film, den, den fand ich ganz okay und, äh, das Spiel ist aber wirklich nicht an mich gegangen. Ich hab das angefangen zu spielen und ich bin aber auch jetzt nicht wirklich weit da drin. Also ich hab das Auto repariert und, äh, ich fand das total merkwürdig und übertrieben. Allein schon, wenn du das erste Mal hier diese komische Mechanikerin siehst, die dann total übersexualisiert da rumläuft und so, da hatte ich schon echt keinen Bock mehr. Ja, die Cindy auch rum, das waren auch so meine Gedanken, als ich die Trailer für Final Fantasy da mal gesehen hatte, irgendwie, oh, so toll und dann, ah, cool, aber wieder volle Kanne, Objekt, also Frauen objektifiziert. Geil. So kennen wir dich, Japan. Ja, das war nicht meins. Aber, wie gesagt, bin mal echt gespannt auf Final Fantasy 16, weil das sah relativ interessant aus, auch nicht so hier, ähm, so zukunftsmäßig angehaucht, sondern halt wie, so richtig Mittelalter, so Fantasy, ich weiß, Jeef, du stehst da nicht so drauf, du hast lieber irgendwelche Pilze und rumgreifende, ich hab nichts gegen klassische Fantasy, ich hätt halt nur von Zeit zu Zeit gerne mal was anderes. Ja, irgendwas, was nicht irgendwie ausgelutscht wird. Das ist das Problem. Ja, ich bin mal gespannt. Geht aber auch wieder um irgendwelche merkwürdigen Kristalle und Mutterkristalle und, ähm, da geht's irgendwie um das eiserne Königreich und das Kristalldominium und, oh Gott, ich krieg das aber jetzt hier alles nicht zusammen, ich hab mich da mal reingelesen gehabt, ähm, Aber gut, Kristalle ist ja schon immer bei, bei Final Fantasy, das ist ja immer das bestimmende Thema, es sind irgendwelche Kristalle und Freundschaft. Ja, das fand ich aber im Teil 13 hat mir das das sehr verleitet, muss ich sagen. Der war doch so kurzweilig. Alter, ich mein, ich hab im, also in Final Fantasy 13, ich hab aufgegeben, bevor ich das Tutorial durchgespielt hatte, also ich hab jetzt knapp, ich glaub 40 Stunden Spielzeit oder so. Oh je, du hast 40 Stunden Spielzeit und hast das Tutorial nicht durch? Ja, weil das Tutorial das komplette Spiel ist, du kriegst während des kompletten Spiels Spielmechaniken beigebracht, bevor du dann in die Welt geschmissen wirst, für den großen Endkampf. Das Tutorial geht bis kurz vors Ende. Alter Schäle. Es ist wirklich so demo, also du spielst das Tutorial, dann grindest du unendlich lange und dann machst du den Endkampf. Das ist Final Fantasy 13. Dann Final Fantasy, also kam ein Kollege von mir, hey, du kannst doch jetzt nicht aufhören, du hast doch schon fast das Tutorial durch, dann kommst du doch wirklich raus. Und ich so, ja und was krieg ich dann? Ja, dann kannst du grinden und dann hinterher den großen Boss bewegen. Und dann Final Fantasy 13 2, das war ja so merkwürdig und abgedreht, da bin ich ja überhaupt nicht reingekommen, weil das ja in der Story dann komplett irgendwo anders angesetzt hat und da bin ich so, warum bin ich jetzt hier diese komische, also, die Schwester von Lightning, ja, ja, warte mal, das war doch Lightning Returns, der zweite, oder? War das der dritte? der dritte ist Lightning Returns. Okay, ey, ich verstehe diese Story einfach nicht. Ich bin, also, ich hab den zweiten nicht verstanden und den dritten bin ich dann gar nicht mehr reingekommen. Den dritten hab ich nicht gespielt, ich hab den Original verpackt hier zu Hause liegen. Ich hab die alle auf Steam, ich komm da nicht rein, das ist einfach, also, den ersten hab ich auf der Xbox gespielt, bis ich dann wirklich keinen Bock mehr hatte. Also, auch das Kampfsystem ist ja merkwürdig mit diesen komischen hier, dass die alle automatisch angreifen und dann kannst du die Angriffsmuster da umdrehen und, äh, Dings machen und das ist not my Final Fantasy, Ja, im Endeffekt ist es wie eine große Outlook-Simulation. du sagst ihm, wenn das passiert, machst du das und dein Kollege macht das und im Endeffekt rennst du eigentlich durch die Welt und deine Leute kämpfen für dich. Du machst eigentlich gar nichts. Ja, also das war wirklich nicht meins. Und dann, äh, Final Fantasy 15 mit diesen total rotzunsympathischen Typen, äh, wo du, wo du mit Emo Fritz da rumläufst und dein Auto kaputt geht und, äh, dann irgendwie nicht König sein willst anstelle des Königs und, äh, die ganze Welt für den Arsch ist und, äh, ne, und dieses Kampfsystem ist ja noch viel mehr für den Arsch. Du rennst da rum, tauscht alle 0,3 Sekunden dein Schwert aus, weil du irgendwas anderes und dann, du bist so nur da am rumwirbeln und machen. It's not my Final Fantasy. Das ist dir zu hektisch, ne? Ja, das, das ist nix für mich. Also, deswegen finde ich ja das Final Fantasy 7 Remake so schön. Ich meine, da baue ich wirklich, äh, meine Charaktere zusammen, tausche hier, dann zwischen den Kämpfen hier, verbessere ich mich und so. So stelle ich mir wirklich ein RPG vor. Das finde ich okay. Ähm, es macht auch Spaß, das Kampfsystem ist toll, du hast diese verschiedenen Angriffsstufen und so, zwischen denen du wechseln kannst, die dann auch Sinn machen. Aber, das, also in 13, das macht für mich, äh, Quatsch, äh, in 15, das macht für mich gar keinen Sinn. Und, äh, dieser, dieser komische Nocturnspass, der geht mir so auf den Geist, weil der so unsympathisch ist. Der ist doch der Königssohn. Ja, aber er will ja nicht König sein. Ja, das interessiert nur irgendwie keinen, außer ihn. Ja, und dann hast du da diese komischen Kollegen dabei, der eine, der ist lieber am Angeln die ganze Zeit, der andere ist nie da, der eine, der eine, ähm, also, es, also, wie gesagt, den Film fand ich ganz okay, den kann man sich angucken. Ähm, den hab ich auch geguckt, bevor ich das Spiel gespielt hab, weil, ähm, also, ich fand die Charaktere schon alle unsympathisch, äh, als das Spiel rausgekommen ist. Und dann hab ich irgendwann den Film gesehen und hab mir gedacht, na gut, okay, ich geb dem Spiel jetzt doch mal eine Chance. Und dann spiel ich das Spiel und hab mir gedacht, äh, nein. Nee, nee, nee. Eie. Ja, aber das war auch in der Zeit, wo ich mich so über, äh, über schlechte RPGs halt aufgeregt hab, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, warum jetzt auf einmal alle Leute Dragon Age Inquisition mögen. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so schlecht gebaut. Es ist so ein schlechtes Spiel. Ich hab mich so drauf gefreut, nach diesem schlechten zweiten Teil. Und dann war dieser dritte Teil ein pures Greintfest. Hier, die Quest bringt das, hol das, hol das, hol das, bis du endlich mal aus diesem Hinterland raus warst. Hast du 30 Stunden da blöde Fetch-Quests gemacht? Ja, aber es ist trotzdem tausendmal besser als dieses ganz, ganz grauselige zweite. Ja, aber es kommt halt einfach überhaupt nicht an die Atmosphäre und allem von dem ersten ran. Ja. Deswegen, ich mein, bei dem ersten hast du ja schon den Vorteil, doch so viele. Ich hab so Angst vor dem vierten Teil. Ja, Angst jetzt nicht, aber man hat so eine gewisse Grundhaltung dazu, das ist, ja, abschwert. Ey, was das für eine Entwicklerhölle schon durchgemacht hat. Es sollte ja erst so sein wie hier dieses komische Ich-Flieg-Mit-Mit-Iron-Man-Anzügen rumspiel. Oh Gott, wie heißt das nochmal? Ich hab's schon verdrängt. Gott sei Dank. Keine Ahnung. Ja, was halt auch ein großartiger Erfolg war von Seiten EA. Also, es sollte auch so ein Service-Game werden. Dann haben sie, haben sie gemerkt, oh, das funktioniert irgendwie nicht. Ja, dann schmeißen wir das komplette Spiel jetzt nach drei Jahren Entwicklung nochmal weg und fangen nochmal von vorne an und haben das halbe Team rausgeschmissen und hier und da sind die Director gegangen und es ist immer sehr gutes Zeichen, wenn ein Spiel sowas durchmacht. Ja. Es ist ungefähr so, wie bei Beyond Good and Evil, wo ja auch der wichtigste Mann im Unternehmen das Unternehmen verlassen hat. Deswegen, da glaube ich zum Beispiel nicht dran, dass das jemals rauskommt. Also, Beyond Good and Evil 2, das wird auf ewig Waperware bleiben. Da bin ich mit Chief einer Meinung. Ich meine, ich witzel da zwar die ganze Zeit immer mal zwischendurch rum, aber das wird nie erscheinen. Also, so viel, wie sie sich da aufbürden, auf jeden Fall nicht. Also, auf alle Fälle nicht in der Form, in der sie das geplant haben, hier mit diesem riesen Universum und dann 25 Milliarden Planeten, auf denen man landen kann. Ja, vor allen Dingen, was hat das mit Beyond Good and Evil zu tun? Mal ganz ehrlich. Wenn, dann würde ich gerne mit Jade spielen, die da irgendwie noch in diesen, hier die, die Verwicklungen weiter auf, aufdeckt und so. von diesem Unternehmen. Jade ist jetzt blöde. Was? Wieso? Naja, ist ja doch in dem Trailer, da kommst du doch mit, äh, mit Alpha-Truppen aus diesem einen Raumschiff und diese komische Schamanenfrau, oder wer das sein soll, guckt sie ganz schockiert an. Jade? Ende des Traileres. Ja, aber die, aber das spielt doch vor Beyond Good and Evil. Ja, mein Gott, das ist ja nicht der erste, äh, Trailer von, von einem Beyond Good and Evil 2, also. Ich sag, der beste Trailer war, wo die zwei da, der erste, wo die da gesessen haben, der Paige und, und die Jade und. Wo Paige einfach eine Fliege inhaliert hat. Das war, genau, das war gut. Genau so sollte ein Trailer sein, einfach packend und, yes, in diesem Spiel kann ich eine Fliege inhalieren, ah, ich bin so an Bord für dieses Spiel, yes. Ich mein, was wir zwei alleine hier bei dem Retro-Ding für den Spaß mit Beyond Good and Evil hatten, äh, ich mein, da mit dem Furzantrieb und so, was der wohl gegessen hat und dann antwortete er, Chili Gorgonis, kannst du dir nicht ausdenken. Ah, das ist ein fantastisches Spiel. Ah, ja, ja, also, das war der Fall für den Spiel, das sollte man mal gespielt haben. Gut, aber ich würde sagen, wir verstricken uns jetzt langsam in nostalgischer Verklärtheit. Ja, hab ich auch gedacht, so, irgendwie schweifen wir nur noch ab. Ja, würde ich mal sagen, ähm, habt ihr noch Titel, ähm, die ihr kennt, die irgendwelche Jubiläen dieses Jahr feiern, äh, oder im nächsten oder im letzten Jahr gefeiert haben? Wir waren ja relativ großzügig, äh, bei unserer Liste hier, ähm, ja, schreibt uns mal in die Kommentare, ähm, habt ihr was zu den Spielen zu sagen, die wir ja, äh, genannt haben? Dann, ja, auch damit ab in die Kommentare und ich freue mich drauf, auf schöne Diskussionen da unten und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, zu unserem großen Jahresrückblick hier, wie immer, in der Weihnachtszeit, auf Kellerkind.org, könnt ihr euch schon drauf freuen. Bis dahin, habt ein gutes, äh, heu, Heuwegelchen, habt eine gute Zeit. Habt ein gutes Heuwegelchen. Heuwegelchen. Warum liegt hier noch mal Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Weil du eine Maske auf hast. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.